Hallo, ich bin Shorni, ich bin Mangaka von Ultraverse und die Macherin von Let's Cast Off und ich wünsche euch viel Spaß bei den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 135 eurer Comic Cookies. Ich fange jetzt nicht wieder an zu erzählen, was die Comic Cookies eigentlich sind. Wenn ihr das mal wissen wollt, dann hört ihr in die anderen 134 Ausgaben rein, irgendwo werdet ihr das schon rausbekommen. Wir sind trotzdem viele Jungs, die über Comics reden und da richtig viel Spaß dran haben, das von wirklich überall aus tun. Ich bin gerade am Gardasee, es ist ganz schön hier im Urlaub und haben mir gedacht, ich rede trotzdem mal trotz Urlaub, weil Podcasten irgendwie auch Urlaub ist, mit den Jungs über Comics. Und ich begrüße deswegen herzlich den Andi, den Britsa und den Patrick. Guten Tag. Servus. Oi. Buena Siva. Aha. Das ist ja schön. Jo, Ausgabe 135 von unserem Comic Podcast. Da machen wir das immer so, dass wir auch über Comics reden. Das heißt, jeder von uns hat zwei Comics am Start und wir reden im Anschluss in der sogenannten Cookies Code Authority, über was das wir alle gelesen haben. Und vorher, da machen wir manchmal so eine News-Section. Ich glaube, die machen wir hier und heute auch. Irgendwas war in den News, oder Patrick? Ja, unter anderem ein Vorfall von David Fulecki, der hat für Grusel und Co. einige Zeichnungen gemacht, um die sechs Monate Arbeit rein investiert und dann kam raus, oh verdammt, die Story von dem dritten Band ist ziemlich zusammengeklaut. Also, Plagiat, weswegen das Ding jetzt eingestampft wurde. Und ja, mir tut es wirklich sehr, sehr leid um David Fulecki. Wir wissen alle, dass er schon allein durch die Pandemie so ein paar Leichen hat. Also, wir hast unnötig investierte Arbeit bei Projekten, die da nicht realisiert wurden. Und das muss ein ziemlich heftiger Rückschlag gewesen sein jetzt. Wie ist die Reihe nochmal? Grusel und Co. müsste das sein. Ja, also es ist natürlich voll schade. Ich finde, David tut mir das total leid. Ich denke, da ist auch vieles schon gesagt. Er ist ja online, wenn er dann, bis auf dieses Eingangsstatement, ist er insgesamt, glaube ich, recht zurückhaltend, auch was die Frage von restlichen Konsequenzen angeht und so. Und ich frage mich natürlich so ein bisschen, wenn er so einen Deal hat mit so einem Verlag, der ja im Endeffekt auf einem sitzen bleibt, auf dem Schaden sitzen bleibt, wie groß sein Schaden jetzt wirklich ist. Also, er schreibt ja so, als wäre der nicht verkaufte Bücher. Ja, also, weil die komplette Auflage, die ja wohl schon existiert, die jetzt aber dann doch irgendwie eingestampft oder vernichtet werden muss, dass er dann da auch nichts mehr dran verdient. Also, kann ich mir nur vorstellen, dass es irgendeine Art von Vorschuss gab, den wird er kriegen und auch zurechtgekriegt haben. Aber jetzt irgendwie eine Tantieme oder so aus den Verkäufen, die wird halt flachfallen, weil es halt keine Verkäufe gibt. Das tut mir doch sehr leid für einen jungen Vater, der sicherlich auch viele andere Projekte hat, die er dann natürlich einfach hinten anstellen musste, aus denen jetzt nichts geworden ist. Wir haben zu Konichi, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Hatten wir sonst noch sonstige Neuigkeiten? Haben wir über die Konichi beim letzten Mal geredet? Wir hatten über die Animagic geredet und über, wie heißt es, Gönheim. Komm hier, dann mach nochmal drei Worte zu Konichi. Wir waren ja zusammen in Wiesbaden, auch mehrere Tage am Stück und haben da mitgenommen, was man konnte. Also ich habe einmal im Mario Kart 8 Deluxe gegen dich verloren und einmal gewonnen. So viel weiß ich noch. Das kann man noch so zu dieser Veranstaltung sagen. Die hat das erste Mal jetzt hier in Wiesbaden gewesen. Das ist in diesem Kongresscenter, die sind ja umgezogen aus, oh Gott, ich glaube Kassel und jetzt eben da in Wiesbaden in einer größeren Location. Wie hat es dir so gefallen? Ich fand es eine nette Veranstaltung. Es war übersichtlicher als die Animagic. Es war eine ähnliche Location. Es war auch so ein Rosengarten voller Cosplayer da. Die Sicherheitskontrollen, die waren teilweise ein bisschen seltsam, aber an sich war es eine angenehme Veranstaltung. Bei der es Gordon geschafft hat, mich zu Sven Platte zu lotsen. Die Fotos habt ihr alle gesehen. Ja, wir haben mal einen 37. verbracht bei der Veranstaltung. Ich habe das Geburtstag gehabt. Genau. Herzlichen Glückwunsch schlagzäglich über Patrick. Ey, danke. Und? Wir haben den Ginkgo Award live erlebt und eine Aufnahme dazu gemacht, wo du noch gesagt hast, setze ich ein bisschen mehr nach links und trotzdem ist mein Kopf sehr oft zu sehen bei dieser Aufnahme. Du bist halt einfach wesentlicher Teil der Preisverleihung gewesen. Mach dir nichts vor. Ja genau, also liebe Leute, wenn ihr jetzt noch mal kurz wissen wollt, wovon der Fedeck eigentlich gesprochen hat. Zum einen natürlich Ginkgo-Preisverleihung. Guckt da mal auf YouTube. Da gibt es von dem Ginkgo-Comic-Preis. Das ist ein Independent-Comic-Preis für, ja, letztlich marginalisierte Gruppen und deren Comics. Und da könnt ihr gerne mal auf YouTube gucken. Da gibt es eine Aufzeichnung der Preisverleihung in diesem Jahr, moderiert vom lieben Heiko Hörnig. Und da haben wir ein paar Sachen gemacht, auch im Hintergrund halt an Orga und so. Da war ich ein bisschen mit beteiligt. Guckt da gerne mal in die Preisverleihung rein. Geht nicht lange und war eine schöne Veranstaltung auf einer tollen Bühne. Und dann natürlich noch von diesen Bildern mit diesem Plate, von dem der Patrick gerade gesprochen hat. Wenn ihr genau wissen wollt, wovon er spricht, dann schaut gerne rein auf Telegram und Signal in unseren Chatgruppen der Comic-Cookies, wo wir mit unserer Community chatten und dann auch solche Poster bzw. Bilder viel eher posten. Das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Und da passieren manchmal skurrile Sachen und manchmal kriegt ihr auch Selfies von Prominenten und Patrick um die Ohren. Ja, was ich auch noch sagen kann, es war irgendwie schade, und das Thema haben wir auch mehrmals angeschnitten, dass Anime und Comics sich so ein bisschen besser annähern sollten, weil wir merken, dass der Manga-Anime auf dem Vormarsch ist, während der Comic-Markt sich so ein bisschen abbaut. Das war auch so eine Feststellung, die wir da gemacht haben, und da war wirklich einiges geboten. Ich habe da gelernt, was Isekai ist, was AMV ist, und die hatten für Influencer quasi so einen Bereich, wo du dich mit allen möglichen Greenscreen abfotografieren konntest bzw. mit so, wie kann man es sagen, netten Motiven. Also es war ein nettes Ding und auch für die Kinder war gesorgt, weil da gab es so einen kleinen Bereich, wo du die Kinder parken konntest. Sau geil. Ja, diese ganzen Pedals, die der Patrick da angesprochen hat, teilweise habe ich die auch besucht, teilweise habe ich davon Aufzeichnungen, ob und wie die mal irgendwann erscheinen werden, die Aufzeichnungen. Das ist noch nicht so ganz raus, weil das tatsächlich manchmal einfach bescheiden klingt, und ich kann es euch nicht antun. Seid gespannt, ob und was da vielleicht in den nächsten Monaten auf euch zukommt in den euch bekannten Podcast-Feeds. Eine kleine Ergänzung habe ich noch. Die Artist Annie war hier deutlich größer als bei der Anime, Magic. Das Problem daran war dadurch, dass es ein bisschen arg unübersichtlich war und dass da eine Raddick und sonstige Personen sehr, sehr arg auf einen sehr kleinen Bereich eingepfercht waren. Also da muss es dann erst mit dem Gordon durchgehen, damit es komplett entschleunigt ist, um dann ein bisschen was zu entdecken, weil sonst sah das in der Masse alles relativ ähnlich aus, ohne da jetzt irgendjemanden abstrafen zu wollen. Ja, ich war ja dann abends auch essen mit ganz vielen Leuten von dieser Artist Annie und mein allgemeines Feedback dort war auch, es macht schon Spaß, aber es ist sehr klein und eng und warm und die sind froh, wenn sie auf Plus Minus Null kommen. Das heißt also, das ist jetzt noch nicht so die mega gewinnbringende Veranstaltung gewesen für die in diesem Jahr. Das kann viele Gründe haben. Mal schauen, wie es im nächsten Jahr aussehen wird. Lieber Andi, jetzt ist der Moment gekommen für die eine große Frage, die ich dir unbedingt stellen muss, denn ich habe es ja in der letzten Ausgabe, wo du leider nicht dabei sein konntest, schon angekündigt. Du hattest ja, nachdem du dir das Logo der Comic-Cookies auf die Stirn hast, tätowieren lassen, diese ganzen Pusteln im Gesicht extrem abartig ausgesehen haben. Wie geht es denn dir jetzt? Bist du fit? Kannst du heute aufzeichnen? Ja, ich muss ja nur reden und das Reden kann ich wieder, solange mich keiner anschauen muss, ist alles im Lod. Ja, geil. Dann würde ich sagen, schauen wir mal auf die Comics, die wir heute besprechen wollen. Was hast du uns heute mitgebracht, Andi? Also, ich habe zwei Sachen. Den Kontext zu den beiden Sachen erkläre ich dann später noch, aber die Comics heißen erst mal Disconnect von Magnus Märklin und Frog Home von Ella Kessel. Bridzer, was gibt es bei dir? Ich habe mitgebracht Tartor Tahiti aus dem Hause Splitter und der kleine Perry Nummer 1 aus dem Hause Carlsen Comics. Patrick, was gibt es bei dir? Ich habe zweimal Splitter, zweimal Neil Gaiman und zweimal sogar dasselbe Kreativ-Team dahinter, Neil Gaiman, Colin Durand und dieselbe Übersetzerin, einmal ohne Furcht und Tadel und das andere mal die Treubrücke. Beides aus der Neil Gaiman-Bidiothek. Nur eben mal leider nicht vom Josh. Bei mir gibt es was, das hat mir der Patrick geschenkt, denn auch ich hatte Geburtstag die Tage und er hat mir den zweiten Band von Batman Catwoman geschenkt. Das sind vier Bände, die ich aufgrund dieses Geschenks einfach mal alle gelesen habe. Darüber möchte ich sprechen und ich rede heute im Rahmen der Reihe Andi liest Sachen, die er schon immer hätte lesen sollen. Den ersten Band von Bone, Flucht aus Boneville von Jeff Smith. Hat mir der liebe Leger-Legende mal geschenkt, dazu später mehr. In unserer großen Super-CCA am Ende reden wir über einen ursprünglich mal Web-Comic namens Scurry von Max Smith. Den gibt es auch immer noch online und der erscheint jetzt ganz aktuell auch im ersten Band bei Cross Cult. Wie es dazu eigentlich gekommen ist, da dann später mal mehr. Und deswegen spiele ich den Ball auch mal wieder an den Andi Preller erstmal zurück. Bitte stell uns doch deinen ersten Comic für heute vor. Also wie gesagt, es gibt einen gewissen Kontext zu den beiden Comics, die ich heute vorstelle. Die sind nämlich beide auf der gleichen, ich sag mal Plattform, auf der gleichen Website zu finden. Wer uns schon länger hört, erinnert sich vielleicht, ich habe letztes Jahr mal drüber gesprochen. Ich war vor einem Jahr in Dänemark auf der Art Bubble, einem kleinen Comic-Festival in Aarhus, dort in der städtischen Bibliothek. Und dort waren recht viele Ausstellende, junge Menschen, die in Dänemark Teil des Bachelor-Programms Graphic Storytelling waren. Das dort im Animation Workshop, beziehungsweise das heißt Animation Workshop VIA University College in Wiborg. Dort haben viele junge Menschen teilgenommen, die eben da auch in Aarhus waren. Und dort Mini-Comics vorgestellt haben, Anthologien, Zines etc. Und dort habe ich mich mit Magnus Märklin ein bisschen unterhalten, von dem auch ein Comic-Man-Haus genommen. War ein recht netter, junger Typ und hat einen coolen Comic gehabt. Und der hat dann an seiner Abschlussarbeit auch gearbeitet seitdem. Und diese Abschlussarbeiten, die jetzt fertig sind, kann man eben auf der Seite graphic-storytelling.com alle lesen. Das heißt, aus den letzten paar Jahrgängen, glaube ich, von all den Menschen, die dieses spezielle Bachelor-Programm Graphic Storytelling für Comics und Illustrationen gemacht haben. Abschlussarbeiten sind dort online abzurufen. Und dann habe ich eben das von Magnus Märklin da dann auch gleich mal gelesen. Darum rede ich jetzt erst mal über dieses. Das sind 100 Seiten. Es sind aber nur die ersten zwei Teile der gesamten Geschichte. Eine erarbeitet jetzt noch am Rest der Geschichte. Ich weiß nicht genau, wie lange es tatsächlich werden soll, wie viele Teile da noch kommen. Aber diese ersten 100 Seiten sind da jetzt, wie gesagt, online. Es ist eine Geschichte um Trauer und Trauerverarbeitung. Es geht um drei junge Männer, die zusammen eine Band sind und einer von den dreien stirbt. Das passiert gleich so ganz am Anfang. Wird das ganz kurz vorgestellt. Drei Typen in einer Band, einer stirbt. Und die eigentliche Geschichte ist dann, wie die beiden verbleibenden Bandmitglieder ein Jahr später zusammen in das Sommerhaus fahren, wo die als Band immer geprobt haben und aufgenommen haben. Und ein Jahr später also natürlich immer noch das Ganze verarbeiten, dass ihr Freund und Bandkollege da verstorben ist. Und dann natürlich innerhalb in diesem Sommerhaus natürlich auch Erinnerungen aufkommen an diese gemeinsame Zeit. Und dort finden sie alte Aufnahmen, die das verstorbene Bandmitglied noch gemacht hat. Das war der Drummer, Percussionist, was auch immer, Beatmacher. Und sie finden eben auf einem Computer, auf einer Festplatte, Beats, die der noch gemacht hatte, die sie als Band noch nicht verwendet hatten. Und dann versuchen sie eben mit diesen Beats jetzt was anzufangen, quasi wieder so in Anführungsstrichen zu dritt an neuem Material zu arbeiten. Der eine spielt Keyword, der andere spielt Bass und dann eben noch die Beats, die da von der Festplatte noch da sind. Und in dieser Situation merkt man dann eben, dass die beiden verbleibenden Bandmitglieder sehr unterschiedlich mit dieser Situation umgehen, mit ihrer Trauer umgehen, mit den Erinnerungen umgehen und auch so mit dem Ansatz, wie können wir jetzt mit diesem Nachlass unseres Freundes hier jetzt wieder zusammen Musik machen? Klappt das überhaupt oder klappt das nicht? Und das Spannende an dem Comic ist vor allem der Umgang mit Musik und Ton. Also die Visualisierung der Musik, die diese Band macht oder diese einzelnen Musiker dann eben auch machen. Magnus zeichnet den Comic in Schwarz-Weiß, in traditionell, analog, Tusche auf Papier. Und soweit ich weiß, kommen dann die Farbanteile am Rechner dann dazu. Und diese Farbanteile sind aber nur da für die Visualisierung der Töne, der Musik. Also jedes Instrument, wie gesagt, drei Instrumente, also Beats, Keyboard und Bass, jedes Instrument hat eine eigene Farbe und ein eigenes Formspiel zur Visualisierung der jeweiligen Musik. Also es sind dann eben nicht wirklich so Tetris-Teilchen, aber irgendwie so geometrische Teilchen quasi, die dann so auf der Seite verteilt sind in einer bestimmten Farbe. Und daran kann man dann erkennen, okay, das hier visualisiert jetzt eben den Klang vom Bass. Das andere Muster visualisiert den Klang vom Keyboard und so. Und das ist dann eben ein sehr, sehr spannendes Element im Erzählen in diesem Comic über diese farbgeometrischen Elemente und zudem natürlich auch inhaltlich diese Geschichte um diese Trauerverarbeitung. Die Figuren selbst sind nicht exakt menschlich dargestellt, aber auch nicht so richtig anthropomorph im Sinne, dass das eindeutig Tiere sind. Aber es gibt schon, der eine hat so ein bisschen lange Ohren, dass man sagen könnte, der sieht ein bisschen aus wie ein Hase und der andere hat da ein bisschen so einen dreieckigen Kopf und der wieder andere hat dann wieder ein bisschen eine andere Form von Kopf. Also es ist da ein bisschen abstrahiert. Wie gesagt, ansonsten eben ein recht starker, kontrastreicher Schwarz-Weiß-Stil, der mir sehr, sehr gut gefallen hat im Zusammenspiel, gerade dann eben auch mit diesen Farbelementen. Also ich finde es sowohl visuell als auch inhaltlich sehr, sehr gut erzählt. Meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Blick wert, da mal auf diese Website zu gehen. An sich, wie gesagt, es sind auf dieser Website graphic-storytelling.com eine ganze Menge von solchen Projekten, die man da anschauen kann. Das meiste, also ich habe jetzt nicht jedes einzelne angeschaut, aber von meinen Stichproben her kann ich sagen, das meiste davon sind Comics, manche davon eben abgeschlossene Geschichten, manche nur eben so der Beginn einer Geschichte. Manche Projekte sind so Pitch-Dokumente für eine Animationsserie zum Beispiel oder auch für ein Computerspiel. Also sowas ist dann auch mal mit drunter. Dieser Kurs, dieses Bachelor-Programm ist ein internationales Programm. Das heißt, die Sachen sind halt alle auf Englisch und die haben dort auch ständig internationale Gastlehrkräfte. Also ich weiß von diversen amerikanischen Comic-Menschen, die dort eben waren, unter anderem Jason Lutz und Stephen T. Siegel, Ed Pisco, Jim Ruck und so, die dann halt immer mal für, ich weiß nicht, für ein Semester oder so, keine Ahnung, wie das genau läuft, dann eben auch dort sind und den Studierenden dann eben was über Comic-Erzählen beibringen. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Programm und da kommen dann tatsächlich auch interessante junge KünstlerInnen dabei raus und Disconnect von Manus Märklin. Ich sage immer Manus, also es schreibt sich Magenus, aber so, wenn ich das richtig verstanden habe, wie er sich letztes Jahr vorgestellt hat, spricht man das Manus aus. Wie immer übernehme ich keine Garantie für Aussprachen anderer Sprachen, die ich nicht kann. Also Disconnect von Manus Märklin auf graphic-storytelling.com. Schaut euch das mal an. Habe ich gemacht. Ich scrolle hier nämlich gerade durch diese Website, wo man das eben alles online anschauen kann und das sieht ja wirklich toll aus. Was man halt auch sagen kann ist, ich weiß nicht, ob ich das so viel verrät, aber du hattest ja gemeint, dass die kolorierenden Anteile, also die kolorierten Anteile, dass sie die Töne darstellen, beziehungsweise letztlich ja die Musik. Und da gibt es im Endeffekt ja auch nur zwei Farben. Da gibt es einmal die Farbe von der einen Figur, die tendenziell eher die Gitarre spielt, und die Farben von der anderen Figur, die so in dem Zusammenhang zumindest der Musik-Constructor ist, also die Beats halt auflegt, so ein bisschen Richtung DJ geht. Jetzt nicht klassisch im Sinne von hier Gitarre, Bass und Schlagzeug, sondern eben so ein bisschen mehr, ja einfach elektronischere, modernere Ansätze, da Musik zu erzeugen. Und vor allem auch ist ja die individuelle Darstellung der jeweiligen Musik ja auch anders. Währenddessen der technische Teil ja ein bisschen auch eher so der Kopfform übrigens auch entspricht, so ein bisschen halt, ich möchte sagen, rechteckiger daherkommt, ist der Teil von der Dreiecksfigur vom Gitarrenspieler ja auch eher so in so eine Dreieckswirbelform. Und dann sehe ich ja auch so Panels, wo man dann zum einen mal sieht, dass diese Dreieckswirbelform ja auch ganz gut als eine Art, ich sag mal, Treppe funktioniert. Ja, also Visual Storytelling ist ja hier der Ansatz, von dem du auch gesprochen hattest. Das heißt also, wir sehen quasi, wie er sich in der Musik verliert, in die Musik auch geht, über diese Treppen, die er selber spielt und fühlt und dabei natürlich auch etwas erlebt. Das will ich jetzt hier nicht vorwegnehmen. Aber das sieht schon echt ganz toll aus. Und auch dieser rechteckige Teil bekommt hier so seine Szene und seine Verwendung. Und das ist was, das habe ich in anderen Sachen auch schon gesehen. Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit auch ein größeres Interview geführt zu diesem Stockhausen-Comic, der aktuell bei Carlsen erscheint oder sagen wir mal vor einem Jahr erschienen ist. Das haben zwei Jungs gemacht, die sich dann auch mehr netzlich mit Musik auseinandergesetzt haben. Und die haben auch hier mit den Farben Rot und Blau verschiedene Ansätze gefunden, um die Musik von diesem Stockhausen, der ja vor allem für seine elektronischen Kompositionen bekannt ist, um die halt irgendwie visuell darzustellen. Und ich finde, da gibt es tatsächlich eine Handvoll wirklich interessante Möglichkeiten, die auch hier auf jeden Fall genutzt worden sind in Ansätzen. Es ist nicht allzu kompliziert und allzu komplex, aber es funktioniert in dem, was ich hier beim Deutsch-Scrollen sehe, auf jeden Fall sehr. Und lieber Breedstorm, ich weiß, dass Musik was ist, was dich ja auch sofort jetzt im Ofen hervorlocken dürfte. Und wenn dann noch hier so ein bisschen Comic dazu kommt, dann müsste doch eigentlich das genau dein Ding sein. Traurig sind auch alle. Ist das was für dich? Also hast du Bock? Was heißt hier? Traurig sind auch alle. Ich bin nicht traurig immer, ich bin immer sehr wütend, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, also das, aber ansonsten bin ich durchschaut, das wäre was, wo ich reingucken würde, auf jeden Fall. Hast du mal in die Leseprobe reingeschaut, die der Andi gepostet hat? Noch nicht, aber ich werde das nachbereiten in Ruhe. Verstehe. Patrick, bevor der Andi gleich zu dem, was ich noch gesagt habe, ergänzt. Wie sieht es aus? Hast du mal reingeschaut und hast du Bock? Ich habe während das vorgestellt wurde, reingeschaut. Ich bin angefixt und werde das nach dem Cast fertig lesen. Also das liest sich auch sehr schnell. Das glaube ich auch. Ich habe jetzt hier, während das hier besprochen wurde, 30, 40 Seiten von 100 gelesen. Der eine hat eben so einen kleinen Taco-förmigen Kopf. Das hat mich am Anfang rausgerissen, aber an sich ist das von der Story her sympathisch. Sympathisch von der Thematik her ist das schön. Und diese grafische Aufbereitung, die trifft auch den Musikstil. Damit hasst du mich schon. Und auch mit dem Thema Trauerbewältigung und kann das um den Kumpel funktionieren. Ja, das hat mich auch auf einer emotionalen Ebene leicht gecatcht. Mensch, eigentlich das ganze Ding hat hinten ja noch so einen Soundtrack zum Comic, den man dabei hören könnte, der scheinbar irgendwie da auch vorkommt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen und genossen hast, aber ich finde es fast schon schade zu wissen, dass das erst der erste Teil ist und der zweite, wenn überhaupt, irgendwann mal kommt. Ja, zu den ganzen Sachen, die ich da so erzählt hatte. Und der Patrick, kannst du da noch irgendwas ergänzen? Also zum einen, Magnus arbeitet daran, auch immer noch. Also der postet, wenn man auf Instagram folgen will, zum Beispiel postet auch immer noch ständig Seiten und neue Sachen, an denen er arbeitet. Also das Ding ist in Arbeit, dass er das auch fertig macht. Wie gesagt, das sind jetzt zwei Teile von, ich weiß nicht wie vielen, die eben für diese Abschlussarbeit fertig gemacht wurden. Aber ich bin überzeugt, dass er den auch fertig machen wird und man dann mal die Gelegenheit haben wird, den in gedruckt oder online irgendwie dann auf jeden Fall auch mal ganz zu bekommen. Ansonsten, ja, das hast du, was du gesagt hast über die Darstellung der Musik, ist auf jeden Fall absolut treffend. Wollte bloß noch ergänzen, da ist natürlich noch eine dritte Musik mit dabei. Also das sind so diese, das was du so als, ja, viereckigen Formen quasi so identifiziert hast, so das Keyboard und dann so ein bisschen diese Schnörkellinien und dann eben so die Seiten, das Seiteninstrument und dann aber noch die Beats vom Schlagzeug, die dann so als Tupfen dargestellt sind. Das sind so, so unscharfe Kreise quasi. Und das, ja, das trifft es tatsächlich sehr gut, auch wie du das gesagt hast und auch wie man dann eben so auf der Seite auch so die Musik wahrnehmen kann und dann in die Seite sehr, sehr voll ist quasi oder das Panel sehr voll ist mit allen drei Farben und Formen. Da weiß man, dass da jetzt eben gerade sehr, sehr viel passiert oder wenn da eben nur ein einzelnes Instrument dann eben zu sehen ist oder nur einzelne Töne und so. Und das ist natürlich immer, das ist ja, das ist ja nun mal ein stummes Medium und da ist natürlich so die Visualisierung von Ton immer eine sehr, sehr spannende Sache. Da versuchen sich über all die Jahre natürlich schon viele dran und ich finde, Manus hat hier für sein Projekt auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Ansatz gefunden, der leicht nachvollziehbar ist, der auch gerade dadurch, dass der Rest des Comics eben auch schwarz-weiß ist, sodass dann eben auch wirklich die Farben der Musik dann auch wirklich durchkommen und auch erkennbar sind und dann tatsächlich übers Auge quasi im Kopf, aber auch tatsächlich so eine Musik, auch wenn es keine konkrete Musik ist, die sich dann da abspielt, aber trotzdem so dieses Gefühl von Musikhören dann sich tatsächlich auch irgendwie damit einstellt. Ich muss hier auch ein Kompliment an die Website da aussprechen. Also der Lesefluss ist hier echt angenehm. Du hast ja manche Seiten, wo du Comics lesen kannst und du hast ja echt Probleme mit den Vor- und Zurück-Buttons. Hier ist der Lesefluss wirklich angenehm. Du hast hier quasi eine Doppelseite vorliegen und dann klickst du drauf und dann blättert das um. Ich habe da schon bei anderen Seiten einen schlimmeren Lesefluss gehabt, gerade beim Online-Lesen. Die haben da irgendwie Issue eingebunden. Ich glaube, da habt ihr in der letzten Folge tatsächlich auch drüber gesprochen. Ich glaube, der Markus hat das erwähnt gehabt. Das ist ja irgendwie auch so ein Programm eben zum Online-Lesen von Print-Inhalten quasi. Also da kenne ich mich jetzt auch nicht genug aus. Mir war Issue als Programm durchaus auch ein Begriff und das verwenden die auf dieser Seite. Das haben die da irgendwie mit eingebunden. Und ich finde auch, also technisch funktioniert das ganz wunderbar. Mega. Dann also hier eine Empfehlung für den Comic Disconnect warst oder warst Disconnected? Disconnect. Disconnect. Alles klar. Danke, Andi. Breedstorm, du bist dran. Was ist dein erster Comic für heute? Der erste Comic ist Tatort Tahiti 1914. Und zwar als Splitter-Ferienpaket habe ich mir das geholt. Der Splitter-Verlag macht ja gern so zu Weihnachten, aber auch bei anderen Anlässen manchmal so Pakete mit älteren Reihen, die die haben. und dann gibt es die gesammelt. Was dann bedeutet, zwei Alben werden zusammengeklebt und versendet. Nee, echt. Und für einen günstigen Preis, für einen günstigen Preis und zwar ist es immer so 10 Euro dann pro Hardcover-Album, was immer sehr mir entgegenkommt und vor allem ist kein Verstoß gegen die Buchpreisbindung, weil es ja vom Verlag selber kommt und man kann das nicht nur beim Verlag sich besorgen. Das kann man jetzt auch gar nicht mehr. Da muss man über andere Händler gehen. Beim Verlag ist es nämlich für Lachs vergriffen dieses Paket aus zwei Bänden. Einmal Band 1, roter Sand und dann Band 2, blauer Horizont. Worum geht es? Also Tatort Tahiti führt uns natürlich schon sehr nah an die Erklärung. Wir sind in Tahiti 1914 und zwar kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Es ist eine französische Kolonie. Das heißt, es gibt auch eine französische Garnison. Es gibt sehr viele Franzosen, aber auch andere Nationen sind vor Ort und betreiben Geschäfte. Zum Beispiel gibt es auf Tahiti einige Deutsche, einige Engländer und alle arbeiten dort zusammen und es kommt ein, ja, eine Art Detektiv, denkt man am Anfang, kommt auf die Insel und man weiß gar nicht so genau, was der da machen will. Und so ein bisschen durch seine Augen erkunden wir dann so die Insel und schauen uns um, erleben also den ganzen Alltag auf dieser Insel, wie sich das mit dem Militär verhält, wie sich der Kontakt auch zur einheimischen Bevölkerung, also zu den Tahitianern verhält. Und da kommen natürlich, es gibt einen Maler auf der Insel, wir sehen den Bürgermeister, wir sehen den Kommandanten der Garnison, wir sehen verschiedene Händler, verschiedene Handwerker und all diese Personen schicke ich mal vorweg, gab es wirklich, denn das Kreativ-Team Didier Keller-Guyot und Sébastien Maurice haben zusammengetragen, wer damals wirklich auf der Insel war und haben auch versucht, die historischen Ereignisse einigermaßen zu rekonstruieren, bis natürlich auf diesen Gentleman und einige Einheimische, die da zugeschrieben wurden. Und den Maler hatte ich schon erwähnt, wenn man an Tahiti und Maler denkt, da denkt man natürlich an Gauguin, der da sehr viel Zeichnungen oder Bilder von der einheimischen Bevölkerung von Tahiti gemacht hat, größtenteils natürlich auch von Frauen und die waren wegen ihrer Exotik damals ja schon so ein Ding, weswegen da sehr viele Meller auch hingefahren sind. Und Gauguin hat ja auch da einige Begegnungen gehabt und so ist es auch mit dem Maler hier, der so ein bisschen auch Gauguin auch so nachempfunden ist. Aber auch andere Männer sind dort, weil sie dem ja exotischen Charme der Frauen dort erliegen, was natürlich dem Pfarrer dort vor Ort überhaupt nicht gefällt, dass da dermaßen freie Liebe betrieben wird, wie es auf Tahiti wohl damals gewesen ist. Was dann dazu kommt, ist natürlich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und es hat ja damals einige Tage, Wochen gedauert, bis das in aller Welt bekannt war, dass der Krieg begonnen hat. Später am Ende des Ersten Weltkriegs war es ja auch so, dass da noch Truppenteile gekämpft haben, die einfach gar nicht wussten, dass der Krieg zu Ende ist. Die haben halt einfach immer weiter gekämpft, bis sie irgendwann die Frohe Botschaft des Friedens bekommen haben. Aber in diesem Fall haben wir dann deutsche Kriegsschiffe in der Bucht, die gar nicht so froh darüber gestimmt sind, dass die Franzosen zunächst so einen französischen Handelsfrachter gekapert haben und die Mannschaft gefangen genommen haben. Und dann beginnen, die Stadt zu beschießen auf Tahiti, also die Hauptstadt. Und diese ganzen historischen Erlebnisse sind dann verquickt mit einer Kriminalgeschichte, möchte ich das Ganze mal nennen, in einem wunderschönen Setting auf Tahiti. Und ich muss vielleicht sagen, also die Kriminalgeschichte hat mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so interessiert. Mehr hat mich das Interagieren von verschiedenen Leuten auf der Insel miteinander interessiert. Und ich meine das jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern wirklich die verschiedenen Nationen. Was passiert, wenn du, eigentlich waren das alles gute Nachbarn und dann ist aber Krieg ausgebrochen zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich. Wie verhält man sich da? Also die Franzosen haben dann als erst mal die Deutschen auf der Insel dann eingeknastet, weil sie nicht wollten, dass die für den Feind irgendwie arbeiten und das nicht mehr einschätzen konnten. Was passiert, wenn die Insel dann angegriffen wird? Wer flieht? Wer bleibt? Und also das fand ich eine sehr spannende Geschichte, die auch von dem Zeichner wunderschön umgesetzt ist. Es hat so leichte Disney-Vibes auf mich, aber so Disney-Vibes mit so einem Sefia-Filter drüber, würde ich das Ganze mal beschreiben. Und ja, sehr schön auch die Kostüme, die Bekleidung von den Leuten und die ganze Architektur, denke ich sehr, ja, wie authentisch es ist, kann ich natürlich nicht sagen, aber es fühlt sich sehr authentisch an. Und es gibt auch in jedem Band einen Anhang, der die Quellen dazu nennt, der auch geschichtliche Hintergründe nennt, was ich sehr, sehr interessant finde. Also die Geschichte aus der historischen Perspektive mit einigen Fotos beweist, aber auch jede Menge Zusatzmaterial. Kurzum, wer sich so ein bisschen für das Setting begeistern kann, der wird da eine Menge Spaß mit haben. Für 19,80 Euro wirklich nur zwei fette Bände, 128 Seiten. Das kann man sich ruhig mal schießen, wenn man denn noch drankommt. Das klingt sehr interessant, was ich hier gehört habe. Gerade weil du ja auch immer sagst, dass du so einen Wert auch drauf legst, auf diese geschichtlichen Comics und dann auch so ein bisschen erklärende Aspekte ganz gut findest da drin. Auf dem Cover des ersten Bandes sehen wir ja dann auch so eine, sagen wir mal, eine, nicht Mordszene, aber so eine Ermittlerszene. Liedelt eine tote Frau. Und das würde mich jetzt noch mal interessieren, falls ich das jetzt nicht total überhört habe, wie sieht denn das aus? Es gibt ja im Film, sagt man das oft, diesen Whodunit, dieses, ich möchte es mal Genre nennen, wo dann letztlich viele Menschen zusammenkommen, ein Mordfall passiert und im Endeffekt gibt es einen Ermittler oder eine Ermittlerin, die das Ganze in irgendeiner Form aufklärt. Haben wir hier so richtig klassisch auch so Fall und Auflösung des Falles und mit quasi Rätseln, wer es gewesen sein könnte? Ist das ja auch ein Teilaspekt? Das ist ein Teilaspekt, aber das spricht natürlich für die Genialität des Covers. Schau es dir bitte noch mal an. Okay, mache ich. Das ist ein Dude. Die ist gar nicht tot. Die ist einfach nur nackt und liegt da rum. Ja. Das ist ein Handtuch. Oder sowas. Das ist ihr Kleid. Tatsächlich, sie liegt auf ihrem Kleid am Strand und das ist aber durchaus beabsichtigt und das auf dem zweiten Cover ist das auch schon so ein bisschen ähnlich, dass man sehr oft die Assoziation von Blut hat, obwohl es vielleicht nur ein Rot ist. Aber das spricht halt auch für, ja, die Genialität von dem Zeichner, die er hier in den Tag legt, dass er auf solche Sachen da gut geachtet hat. Weil genau das dachte ich auch, dass der Mensch in dem Anzug sich der toten Frau da nähert. Aber das ist nicht so, nein. Sehr interessant. Vielen Dank für die Aufklärung und auch vielen Dank noch mal erneut für den Hinweis für diese Aktion, die es regelmäßig bei Splitter gibt, wo ihr da eben diese Bundles kaufen könnt. Hier scheinbar war das jetzt ein Ferienpaket oder was. Das ist schon sehr interessant und auch, dass du da immer sehr gute Erfahrungen mit machst. Wonach suchst du das eigentlich aus? Also du stehst ja, glaube ich, auch auf abgeschlossene Geschichten. Was ist denn aus diesem, ich weiß nicht genau, wie groß das Portfolio, die Auswahl dann immer ist. Aber nach welchen Kriterien suchst du denn da aus diesem großen Angebot dann immer dein Paket oder deine Pakete heraus? Ja, einfach erstmal nach Genres, die mich interessieren und Abgeschlossenheit ist dann schon ganz gut. Also manchmal gibt es, glaube ich, auch so vier, fünf Bände, ist es dann aber eine fortlaufende Reihe. So zum Anfixen, habe ich auch schon gesehen in der Vergangenheit. Und natürlich habe ich dann die Community befragt, weiß jetzt gar nicht mehr, der Signal oder auch der Telegram-Gruppe. Und die haben mir gesagt, dass sie mit dem Tahiti-Band sehr gute Erfahrungen haben. War es der Michael? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ja, dann schlage ich da mal zu. Fantastisch. Patrick, du hast es nicht zufällig auch gelesen und gekauft, oder? Interessiert es dich? Nee, aber ich sehe gerade, dass man das noch sehr gut über Splitter bekommt, die Bände. Die Einzelbände, aber nicht das Paket. Ah, okay. Ja, aber wie gesagt, diese Bundles kannst du aber auch bei anderen Anbietern, glaube ich, noch kaufen. Also das ist nur Verlagsvergriffen bei Splitter ausgezeichnet. Sehr gut. Und interessiert es dich, Patrick? Ich würde es auch lesen. Also es sieht interessant genug aus, auch mit dem geschichtlichen Kontext und diesen Spielereien. Ja, ich bin schon wieder angefixt. Furchtbar zwei, Comics zwei mal angefixt. Läuft heute. Lieber, die hast du noch Ergänzungen? Willst du da, bist du auch angefixt worden? Also ich habe natürlich auch mal in diese Leseprobe auf der Splitter-Seite reingeschaut, die paar Seiten, die man da so sehen kann. Ich finde es optisch tatsächlich sehr ansprechend. Ich mag den Zeichenstil. Ich finde farblich, es ist recht schön gestaltet und spannend. Was ich bei mir, das ist so ein persönliches Ding, in letzter Zeit immer häufiger feststelle, weil ich in den letzten Jahren, schon seit vielen Jahren eigentlich, so wenig franco-belgische Alben lese, was ich als Kind viel gemacht habe, bin ich jetzt tatsächlich immer so ein bisschen fast schon, naja, überfordert ist zu viel gesagt. Aber es sind immer schon deutlich mehr Panels und Sprechblasen auf so einer Seite, weil die Seiten halt viel größer sind, als es jetzt auf einem amerikanischen Comic normalerweise der Fall ist oder auch bei einem Manga. Und da bin ich dann immer so ein bisschen ein ungewohnter Anblick für mich, die Anzahl der Panels und Sprechblasen. Aber an sich klingt nach einer interessanten Geschichte und gestalterisch fand ich es auf jeden Fall erstmal ansprechend. Ja, tatsächlich sieht es einfach schön aus. Liebes Publikum, wenn ihr da mal zuschlagt bei diesen Angeboten vom Splitter Verlag, dann hinterlasst uns doch gerne mal Feedback und sagt uns, ob ihr da was gefunden habt für euch, von dem ihr sehr begeistert wart. Das würde uns sehr freuen. Und dann gehen wir weiter zu Patrick mit deinem ersten Comic für heute. Ich habe von Neil Gaiman und Colin Duran Ohne Furcht und Tadel. Es ist übersetzt von Gerlinde Althoff und natürlich aus dem Splitter Verlag. Mal wieder ein Band aus der Neil Gaiman Bibliothek. Da hatten wir jetzt mittlerweile fast genauso viele wie von Spiru. Aber ja, worum geht es? Es geht um eine etwas ältere Frau namens Mrs. Whittaker. Die ist in Rente und holt sich jeden Donnerstag bei der Post quasi ihre Rente ab. Und danach geht sie in so einen kleinen Ramschladen namens Oxfam. Und da kauft sie sich für so zehn Pens zufällig mal ein Buch und den Heiligen Gral. Und ja, nachdem sie den Gral dann von den Blutflecken von Jesus da bereinigt hat, steht am nächsten Tag ein gewisser Sir Gellahat vor der Tür, weil er für seine Quest unbedingt den Heiligen Gral braucht. Und jetzt belagern sich die beiden. Also er will unbedingt den Heiligen Gral und sie hat einfach keinen Bock, ihm den Heiligen Gral zu geben. Na klar. Darum geht es eigentlich in dieser Story. Also es ist genauso lustig, wie es klingt. Gerade weil Neil Gaiman sich hier mit diesen Alltäglichkeiten so aufhält. Also er schildert das wirklich so ganz trocken. Ja, der Heilige Gral, das ist hier zu blutig. Das musste sie jetzt von den Essigresten reinigen und so. Also er wird wirklich viel, viel Zeit investiert, um den Rentneralltag von der Mrs. Whittaker zu beschreiben. Wie denn der arme Mr. Geller hat, also der Ritter, sich da einfach die Zähne ausbeißt und alles versucht, um an den Gral heranzukommen. Das Interessante an dem Comic ist, das ist in diesem Stil von Snow, Glass and Apples, den Andi Preller schon vorgestellt hat. Es ist auch genau dieselbe Zeichnerin. Und hat dieser Band so eine Leichtfüße-Cut, so einen alltäglichen Humor, der für die Game-Man-Verhältnisse einfach sehr, sehr selten ist. Das Ganze aber wirklich zu was Besonderem macht. Ich glaube auch, dieser Comic hat einen Eisen Award bekommen. Und es liest sich, gut, also er liest sich wirklich extrem leichtfüßig, dass man gar nicht merkt, wenn man sich weiß, dass der wirklich zu Anfang der Pandemie entstanden ist und Colleen Doran dann nicht bei diesem Haus das normal besichtigen konnte, weil dieses Haus existiert wirklich. Sie musste sich dann per Online-Recherche helfen. Dafür sieht das aber sehr, sehr gut aus, sehr, sehr wertig. Und es macht einfach Spaß, mal diese fast schon normale Geschichte von Year Game-Man zu lesen. Ja, kann ja gar nichts sagen, außer dass das Cover mich so überhaupt nicht anspricht. Ich weiß nicht. Was echt, das ist einfach so genau das Gegenteil von dem, was ich für interessant halte. Das schreit mich an und sagt eigentlich Prinz Eisenherz. Aber so wie du es jetzt vorgestellt hast, sind das nur Anleihen und gerade diese Leichtfüßigkeit. Das klingt tatsächlich so in der Art und Weise, wie du es beschreibst, am ehesten noch wie was, was ich mir von Gamer geben würde. Ich weiß, der ist großartig, aber meine Zugänge dazu sind noch zurückhaltend. Ich werde dir irgendwann demnächst mal Coraline vorstellen, glaube ich. Aber mit diesen sonstigen Werken von ihnen habe ich noch nicht viel Kontakt gehabt. Meinst du, das wäre was, wo man als jemand, der zu Gamer noch nicht so den Zugang hatte, da durchaus mal einen Blick rein, also das einfach mal lesen und kaufen kann, ist ja auch abgeschlossen mit 80 Seiten. Wenn dich der Zeichensstil am Cover abschreckt ... Nee, nur die Thematik. Die Leseprobe gefällt mir viel besser, viel besser. Das Cover, das sieht wirklich sehr, sehr altbacken aus. Da kannst du eben trotzdem sehr gut reinlesen, auch wenn du kaum Kontakt hast mit Neil Gaiman. Wir wissen, der ist Mythologe. Also wenn er tief in die Materie eintauchen will, dann macht er das knallhart, ohne Rücksicht auf Verluste. Hier kratzt das sehr, sehr an der Oberfläche. Es ist eher so ein Vehikel, um diese Alchemist Whitaker mal in eine andere Situation zu bringen, beziehungsweise aus ihrer Komfortzone rauszubringen. Ich finde, es ist sogar eher lustig, dass da wirklich so ein alter Ritter in Rüstung dasteht und dann unbedingt für seine Quest den Heiligen Graal will. Gerade wenn diese Welten da kollidieren, ist das lustig. Ja, interessant. Lustige Comics. Andi, wie sieht es aus? Wie ist da dein Interesse? Also ich bin ein großer Fan der Kurzgeschichte. Das ist ja jetzt wieder eine Adaption von einer eigentlich Prosa-Kurzgeschichte von Neil Gaiman, die schon aus den 90ern ist. Und ich habe die auch damals schon gelesen. Und ich habe so eine Hör-CD, wo Neil Gaiman diverse Geschichten vorliest. Da ist die auch mit dabei. Die habe ich so oft angehört, weil Neil Gaiman, wer ihn schon mal hat, lesen hören, eine wunderbare Vorlesestimme auch hat. Und seit vielen, vielen, vielen Jahren spreche ich immer wieder darüber, wie der erste Satz von dieser Geschichte, im Original heißt die Geschichte Chivalry, also Ritterlichkeit, wie dieser erste Satz, also einer meiner absoluten Lieblingssätze von irgendwelchen Geschichten überhaupt ist. Mrs. Whitaker found the holy grail. It was under a fur coat. Also diese Beiläufigkeit von, ja, diese Rentnerin hat den heiligen Graal gefunden, war unter so einem Pelzmantel. Und genauso geht die Geschichte dann eben auch weiter. Und wie also dieses mythische Ding heiliger Graal, ja, also das ist eines der Dinge, die seit vielen Jahrhunderten so das gesuchteste Objekt quasi sind, so mit der Bundeslade, alles, was Indiana Jones irgendwie schon mal gesucht hat halt. Und ja, Mrs. Whitaker findet das halt einfach im Oxfam-Shop und nimmt es mit nach Hause und stellt es sich da auf den Kamin und dann kommen ihre Freundinnen zum Bridge und sie so, ja, ja, das ist der heilige Graal. Und alle nehmen das einfach so hin. Ja, ja, der heilige Graal steht jetzt da bei Mrs. Whitaker auf dem Sims und so. Und dann taucht mir die Serie darauf. Also fantastische Geschichte. In den Comic habe ich im Laden schon mal reingeblättert auch, weil ich jetzt, ja, so vertraut und so eng mit dieser Geschichte, mit der Kurzgeschichte so bin, brauche ich jetzt nicht zwingend die Comic-Adaption, das Cover macht natürlich so mittelalterliche Buchillustrationen nach. Also das ist natürlich die Idee hinter diesem Cover, wenn man so alte Bibeln und sowas mal im Museum sieht, mittelalterliche Illustrationen, das ist genauso dieser Stil. Innen sieht es dann etwas, ja, normaler aus. Ja, also von der Geschichte her bin ich großer Fan. Zu der Comic-Adaption kann ich jetzt nicht exakt sagen, wie das ist, aber Colleen Duran hat ja schon einiges von Gamen auch adaptiert. Ich glaube, die kennen sich gut, ich glaube, die verstehen sich gut. Von daher denke ich, dass die Adaption auch eine gute Sache ist, wenn man die Geschichte lieber als Comic lesen will, als jetzt als Prosa-Kurzgeschichte. Ja, aber würde dich das interessieren? Also wäre jetzt eine andere Umsetzung in derselben Geschichte für dich was, was ein Kaufgrund wäre? Also, wüsste ich jetzt nicht. Ich wüsste nicht, was es für eine Adaption bräuchte, dass ich das jetzt als Comic brauche, weil ich, wie gesagt, es sind ja dann, muss man ja leider so sagen, mittlerweile Jahrzehnte, die ich mit dieser Geschichte schon verbringe. Da habe ich jetzt nie auf eine Comic-Adaption gewartet. Also für mich ist jetzt auch nie irgendwie so, Geschichte XY wird jetzt auch in Medium Z irgendwas adaptiert. Juhu. Naja, wenn ich das Original schon liebe, brauche ich jetzt nicht zwingend eine Adaption davon. Dann bin ich jetzt nicht jemand, der sagt, oh Mensch, das muss aber dringend mal adaptiert werden. Die Geschichte ist so toll, da braucht es ganz zwingend einen Film oder einen Comic davon. Deswegen, ja, ich nehme das wahr, dass die Sachen rauskommen. Wenn das jetzt irgendwie, ich bin mit Colleen Duran auch hauptsächlich per Name vertraut und kenne ihre Kunst ein bisschen, aber so richtig gelesen habe ich von ihr, ehrlich gesagt, noch nix. Keine Ahnung, wenn da jetzt irgendein Künstler drauf wäre, in den ich auch schon seit Jahrzehnten verliebt bin oder so, dann vielleicht mehr, wenn es jetzt Dave McKean wäre zum Beispiel, das Dave McKean so was adaptieren, dann wahrscheinlich eher, aber dann auch wirklich mehr deswegen, weil ich dann halt den Künstler entsprechend einfach, mag und nicht, weil jetzt hat Chivalry auch als Comic existiert, brauche ich jetzt neben meiner Geschichte im Regal, neben der Kurzgeschichte auch noch den Comic, brauche ich eigentlich nicht. Verstehe. Ja, Britson, wie sieht das bei dir aus? Willst du mal reingucken? So ein schneidiger Ritter, das wäre doch bestimmt interessant. Ja, also Neil Gaiman ist natürlich immer in Kauf an Reiz und da ich die Geschichte nicht gelesen habe, wäre das für mich eine Möglichkeit, da mal reinzugucken. Gerne. Ja Mensch, insgesamt müsst ihr, liebes Publikum, glaube ich, für euch dann auch individuell entscheiden, ob das interessant für euch ist oder aber eben nicht und lieber Patrick, daher vielen Dank für deine Vorstellung. Ich möchte nun über eine ganze Reihe sprechen. Diese Reihe habe ich vorhin schon erzählt, davon hat der liebe Patrick mir den zweiten Band geschenkt. Die Rede ist von Batman Catwoman, erschienen im Black Label, gibt es vier Bände von und diese Miniserie wurde von niemand geringerem geschrieben als von Tom King. Zeichner war hier in drei von vier Bänden der Clay Man. Nur im dritten Band, da wird er vertreten von, ich glaube, Liam, äh, Liam Sharp, genau. Und, ob das gut oder schlecht ist, das kann ich schon mal verraten, also es ist schlecht. Das soll nicht bedeuten, dass jetzt Liam Sharp irgendwie ein schlechter Zeichner wäre oder sowas, ganz im Gegenteil, das ist schon cool, aber wenn du halt so eine Story liest, die halt wirklich rund ist, die einen tollen Fluss hat, wo ich wirklich alle vier Bände sehr kurzfristig weggelesen, weggesaugt habe, dann reißt dich das schon so ein bisschen raus. Wie gesagt, das ist auf gar keinen Fall ein schlechter Zeichner der Liam Sharp, aber der Wechsel der Stilistik schadet der Serie und veranlasst einen vor allem halt auch so ein bisschen, gerade wenn man es am Stück liest, so ein bisschen genauer zu gucken, das als eine Art, ähm, Unterbrechung wahrzunehmen und dann wirkt es einfach unrund. Band zwei hat mir der liebe Patrick geschenkt, als Hardcover und wo ich natürlich auch erstmal Band eins lesen wollte und weil ich da irgendwie spontan Bock drauf hatte auf dem Weg zu Konichi, habe ich mich mal umgehört, wo man da eigentlich mehr von lesen kann und habe dann auch in dieser App, die wir ja zeitweise hier getestet haben, diese Swoosh App reingeschaut. Da war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nur der zweite Band drin. Inzwischen gibt es da, glaube ich, auch den dritten, aber der erste nicht. Den gibt es allerdings auf Nextory. Nextory habe ich ja auch im Rahmen der letzten Ausgabe besprochen, wo ich jetzt gerade auch wieder dran bin, Pressezugänge zu kriegen und da dann nochmal ein bisschen mehr über Nextory sprechen zu können. Kurzum, ich habe drei von vier Bänden in dieser App gelesen und es lief ganz gut. Das Ganze erscheint, wie gesagt, im Black Label und Tom King hat hier im Rahmen dieser, ja immer ein Stück weit von der eigentlichen Hauptcontinuity des DC-Universe abgesonderten Sub-Label, ja, also diesem Imprint quasi von DC, da seine Geschichte, die er eigentlich ursprünglich mit Batman und Catwoman erzählen wollte, zu Ende zu erzählen. Denn wer in den letzten Jahren Tom King ein bisschen verfolgt hat und seine Arbeit in der Batman-Serie, der weiß, dass er da Selina Kyle und Bruce Wayne quasi zusammengeführt hat. Die beiden Hübschen wollten halt heiraten. Es gab ein großes Brumborium mit vielen Dingen drumherum und ob es dann im Endeffekt zur großen Hochzeit gekommen ist oder nicht, das kriegt man besser selbst raus. Und was er sich aber eigentlich hat vorgestellt für die Geschichte, wie es weitergehen könnte oder zumindest Teile davon, hat er wohl in diese Reihe gepackt. Warum er auch aus der Hauptserie dann raus ist oder so, keine Ahnung, weiß ich alles nicht. Ich weiß auch, dass ich mit Tom King in den ersten Ausgaben, die er gemacht hatte von Batman, überhaupt nicht zurechtkam. Und das ist ganz anders wie bei dieser Mini-Serie, in der wir auf drei Zeitebenen erzählt bekommen, wie das eigentlich so lief mit Batman und Catwoman. Da haben wir die Zeitebene, wo die quasi ganz frisch zusammen sind und crime-fighten, so ein bisschen auch halt ganz jung. Dann die, wo sie schon Fortgeschrittene miteinander zu tun hatten und schon auch einfach sich schon länger kennen. Und dann die dritte Zeitebene, das ist dann die, wo Bruce Wayne gestorben ist. Wie auch immer er so gestorben ist, ich glaube, das wird erwähnt und in der Hauptserie vielleicht auch angedeutet oder so. Aber hier in dieser Welt, in diesen Bänden ist er dann tot. Es gibt inzwischen aber noch eine Helena Wayne, das ist die Tochter von Selina und Bruce. Und ja, diese drei Zeitebenen, die werden sehr geschickt, zumindest in den ersten Bänden, miteinander verwoben, bei einem Fall, den es zu lösen gilt. In diesem Fall sind unter anderem der Schurke Joker mit betroffen, denn der ist plötzlich tot. Wie konnte es dazu kommen? Er hat aber natürlich, also er ist quasi erst in der letzten Zeitebene tot, in den beiden anderen Zeitebenen davor hat er noch irgendwas, also ist er ein wesentlicher Teil der Story. Und ja, wie dann da letztlich die verschiedenen Zeitebenen ineinander greifen, das ist dir diese Besonderheit. Hinzu kommt, dass das nicht nur eine Fortsetzung von dieser, wenn man so will, von dieser Tom-King-Batman-Story ist, sondern es ist auch noch eine Fortsetzung des, soweit ich weiß, Lieblingsanimations-Batman-Films von Patrick. Batman, Mask of the Phantasm, Batman und das Phantom. Auch davon ist es eine Fortsetzung. Warum und wieso, will ich gar nicht verraten. Das ist jetzt gar nicht notwendig, aber hier wird sehr konkret, das ist also definitiv eine Fortsetzung davon, weil letztlich der Film dann mehr oder weniger hier fortgeführt wird. Das Ganze kommt, wie gesagt, sehr rund daher. Ist eine tolle Story, wahnsinnig schön gezeichnet. Ja, also wie halt diese Hochglanz-Mainstream-DC-Titel inzwischen alle sind. Einfach wunderschön. Die erinnern mich natürlich in vielen Fällen auch an das, was Jim Lee vor Jahren schon gemacht hat, aber das ist jetzt hier in keinster Weise anders. Es ist sauber. Es ist teilweise sehr actionlastig. Es ist, weiß nicht, Mainstream-Strich. Der Mainstream-Strich bei DC. Ich hoffe, das sagt euch was und ich hoffe, dass das für euch Grund genug ist, da vielleicht mal reinzuschauen, weil was Clayman hier fabriziert, ist schon schön. Ja, diverse Figuren haben hier Gastauftritte und das Ganze ist eine schöne Geschichte, die ich gern gelesen habe, die ich fast uneingeschränkt empfehlen kann, außer, dass ich finde, dass dieses recht geschickte Verweben aller drei Zeitebenen im Laufe der Bände schlechter wird, spätestens, wenn wir im dritten Band dazu kommen, hier nochmal neu, quasi eine Bewertung der Geschichte vorzunehmen und da nochmal ein bisschen kritischer vielleicht auch drauf schauen, wie sie erzählt wird, die Geschichte, dann wirkt es unrund und ich finde gerade am Ende, dass es nicht sauber erzählt. Das ist einfach, es wirkt unrund. Wir haben, ich habe das Gefühl, als sind die Verknüpfungen der verschiedenen Zeitebenen, als wären die halt einfach nicht so geschickt und rund und natürlich, wie sie das noch in den ersten Bänden auf mich wirkten und ja, das schadet dem leider auch, genau wie eben auch dieser Zeitsprung. Das ist definitiv eine Miniserie, die man am Stück lesen kann. Da bleibt auch nicht so super krass viel hängen, außer, dass es schön war und kurzweilig war und eine Fortsetzung von Tom Kings Geschichte und dieser Batman-Unders-Phantom-Story ist und ja, Black Label, alles schön und gut. Wir haben ja auch in verschiedenen Kapiteln das Ganze eingeteilt, das ganz cool gemacht. Jedes Kapitel kriegt dann, es ist eigentlich immer dieselbe Kapitelseite bei jedem Kapitel. Wir sehen das Wayne-Anwesen und die verschiedenen Fenster und jedes Fenster steht für ein eigenes, für ein eigenes Kapitel letztlich, das immer dann beleuchtet wird zu dem Zeitpunkt, wo das Kapitel beginnt. Hinten dran ist, glaube ich, in der Ausgabe 4 noch gewesen, so eine Ergänzungsgeschichte, da Vollständigkeit halber auch nochmal erwähnt, dass es sich dabei um, ja, halt so ein Special handelt. Das würde ich auch noch gesagt haben und weiß, dass auch der Patrick hier alles gelesen hat. Von diesen ist es zwölf Issues plus es eine Special. Lieber Patrick, wie hat es dir gefallen? Ich mochte bis auf so ein paar Einschränkungen, also wirklich diesen harten Zeichnerwechsel, diese Reihe auch sehr gerne. Ich weiß, dass Tom King sich wirklich sehr, sehr unbeliebt gemacht hat, wie er diese Batman-Cat-Woman-Story bei DC damals beendet hat. Da hat er quasi eine schöne Alternative gefunden. Und es ist im Prinzip auch eine Fortsetzung von der Batman-Animated-Series. Auch darauf gibt es immer wieder Anspielungen. Und der Zeichenstil, der bemüht sich darum, daher wirklich viele Wiedererkennungswerte zu bieten. Dass du das gerade als Fan dieser Animationsserie auch genießen kannst. Und dass er dich darüber so wieder Erkennungswerte freust. Kleine Ehe und nie bei dem Ganzen. Der Tag, an dem wir das aufnehmen, ist der Tag, an dem bei Netflix eigentlich die Animated-Series rauskommen sollte. Das dann aber irgendwie verkackt wurde. Leider. Und ich mochte diese Handlungsstränge auch. Die wurden nur in den ersten beiden Ausgaben deutlich geschickt, miteinander verwurrt, dass du dann denkst, ja, okay, da sind die Übergänge wirklich geil. Nur ergibt das am Schluss teilweise nicht mehr ganz so viel Sinn. Du fragst dich auch die ganze Zeit, okay, wie konnte Batman, wie konnte Joker sterben? Solche Sachen. Und ein Punkt, den du thematisiert hast, dass Catwoman sogar im Alter dann noch irgendwie ihren Hintern rausstricken muss und trotzdem noch so sexy mindestens einmal in Unterwäsche rumpulsieren muss. Ja, es ist ein bisschen seltsam. Stimmt mich dir zu. Es ist ja auch wirklich so, ich sag ja immer wieder, dass es halt so Figuren gibt, die sehr sexualisiert werden, weil die da ihr Zielpublikum haben und so. Aber ich bin inzwischen in einer Phase, also ich sehe das inzwischen so, dass wenn ich so Figuren habe, wo mir quasi das Schambein der Figur ins Gesicht gedrückt wird beim Lesen und ich quasi alle Weichteile dieser Figuren nahezu spüren kann, das ist mir zu viel. Also das ist schon auch nicht mehr einfach nur nett und sexy, das ist übergriffig. Das ist schon zu viel des Guten, also des nicht mal mehr Guten. Das ist dann schon auch auffällig und auch irgendwie anstrengend, nicht mehr natürlich und auch dann dadurch auch nicht mehr schön zu sehen. Und das war hier definitiv so. Jetzt geht es mir gar nicht so ums Alter, weil egal wie alt eine Person ist, die kann ja immer noch sexy sein, aber dass du halt wirklich hier ständig omnipräsente Sexualität quasi als Gesicht gedrückt bekommst, förmlich, das ist mir zu viel. Ja, dann freue dich auf Lonely City, da hast du eine gealterte Catwoman und sie macht genau dasselbe. Ja. Kannst du übrigens auch auf der genannten App, die wir jetzt mehrmals erwähnt haben, kostenlos? Nö, von der bin ich weg, weil die andere, die ich auch genannt hatte, ist umfangreicher, hat dieselben Sachen, die es bei Swoosh auch gibt, nur mehr. Ich denke, das habe ich auch beim letzten Mal gesagt, wer jetzt nicht unbedingt das Digitalprogramm von Egmont braucht, der ist bei Nextory deutlich besser aufgehoben. Und wer es auch nicht auf Deutsch lesen muss? Nee, Nextory hat Deutsch. Ist alles Deutsch. Okay. Lieber an die Batman, Catwoman, ich weiß, wir haben da hier schon mehrfach drüber gesprochen, aber das ist jetzt ja wieder so eine Black-Label-Geschichte und die Andeutungen beziehungsweise Querverweise zu alten Storys, die es gibt, sind auch eher marginal. Vielleicht kann man dich ja ein bisschen mehr hinterm Ofen hervorholen, wenn man eben sagt, dass es auch eine Fortsetzung der Animated Series ist. Wie sieht es aus? Hättest du Lust auf Batman, Catwoman? Also das ist auf jeden Fall so eine Sache, so abgeschlossene Einzelabenteuer, die ich ja ganz gerne mal lese. Das, was du jetzt da so, bis auf den letzten Teil, mit dem letzten Teil hast du es noch ein bisschen eingerissen, irgendwie so, über Sexualisierung. Also an sich spricht mich das an nicht so weit, dass ich es mir jetzt zwingend kaufen würde, weil dafür ist es dann doch auch relativ preisintensiv, so mehrere Bände oder ich habe jetzt mal geguckt, gut, wenn man sich den amerikanischen komplett Sammelband holt, dann geht es wieder im Dezember kommt der irgendwie raus, kostet 23 Euro für alles. Also das ist nochmal deutlich billiger, als wenn man sich jetzt die vier deutschen Einzelbände holt. Nichtsdestotrotz, ja, das ist sowas, wenn ich es irgendwie mal in die Finger bekomme, wenn ich es irgendwo super günstig kriege oder wenn es die Bücherei mal hat und ich gerade Bock auf Batman habe, dann würde ich sowas mal lesen, nicht zwingend, dass ich es jetzt mir auf jeden Fall kaufen würde. Da bin ich jetzt nicht nah genug an DC dran. Das, was diese Sexualisierung angeht, das ist auch sowas, da, wo ich tatsächlich auch Schwierigkeiten mit habe und ich glaube auch, gerade in diesem amerikanischen Mainstream-Superhelden-Zeichenstil, der es ja doch sehr auf eine möglichst realistische Darstellung menschlicher Körper auch anlegt, finde ich es, glaube ich, noch ein bisschen ekliger. Also wenn das Ganze ein bisschen cartooniger ist und dann finde ich, ist dann noch ein bisschen eine Abschwächung drin, eine Abmilderung dieser Sexualisierung, aber wenn es dann Zeichner oder Zeichnerinnen sind, die wirklich auf einen sehr realistischen Stil es anlegen, wenn es dann wirklich anatomisch zu korrekt ist und zu einsichtig, dann zieht mich das auch eher raus. Verstehe. Lieber Breedstorm, wird es dich vielleicht eher reinziehen? Ja, Hashtag Altersdiskriminierung. Also ich sehe, dass hier schon wieder starke Frauenfiguren marginalisiert werden hier von der großen Mehrheit hier in diesem Podcast und dem möchte ich ausdrücklich widersprechen. Widerspreche ich übrigens? Deswegen, deswegen würde ich, würde ich das natürlich lesen, aber also auch wahrscheinlich eher, wenn es mir in die Hände fallen würde. Ja, liebes Publikum, auch da wieder, ich sage das jetzt jedes Mal nach diesen Besprechungen einfach, weil ich das unbedingt will. Guckt mal bitte vorbei in unseren Chatgruppen und sagt uns, ob es euch interessiert oder nicht und vor allem postet auch mal, das habe ich schon mal gefragt, aber ob wir einen eigenen Discord-Server brauchen oder ob wir uns einfach alle gleich bei Pau oder beim Comic-Klatsch treffen. Sagt da mal Bescheid. Ja. Geil. Und vor allem bei Nerdbedarf, da kann man sich auch treffen. Genau, bei Nerdbedarf oder addet uns bei BlueSky, auch da könnt ihr diskutieren, wir haben so viele Plattformen, wo wir anschreibbar sind. Ja, BlueSky, aber da haben wir auch keinen offiziellen Comic-Cookies-Account. Ich weiß nicht, ob wir die da brauchen, aber meine Bubble da ist schon sehr Comic-lastig, insofern vielleicht findet ihr uns bald auch ein Paket dort. Schön. Toll. Vielen Dank fürs Zuhören. Da sind wir wieder bei meinen Preller. Sag mal, wie sieht's denn aus? Du hast noch einen zweiten Comic dabei, ne? Ja, und wie schon angekündigt, auch dieser Comic ist auf der Graphic Storytelling-Webseite. Es ist auch ein Abschlussprojekt von diesem Bachelor-Programm in Dänemark und es ist der Comic Frog Home, also wie Froschheim, Froschhaus von Ella Kessel. Das ist jetzt eine abgeschlossene Geschichte mit 50 Seiten. Ich wollte jetzt nicht zwei Projekte, die nur Anfänge von Geschichten sind, vorstellen, weil ich hatte noch was anderes eigentlich im Blick, aber das war auch wieder nur der Anfang von der Geschichte. Ich erwähne es kurz, das ist eine ganz coole Fantasy-Geschichte, die The Great British Bake Off in einer Fantasy-Welt quasi erzählt, aber kann man auf der Seite selber finden. Frog Home von Ella Kessel, wie gesagt, in 50 Seiten abgeschlossen und Ella Kessel beschreibt die Geschichte selbst als Frog Home is a magical realist horror comic based on my experiences after escaping an unhealthy and violent relationship. Inspiriert durch eigene Erfahrung die Verarbeitung einer ungesunden und gewalttätigen Beziehung. Sie beschreibt Magical Realist Horror, der Horror ist hier hauptsächlich eben tatsächlich in der Psychologie zu finden, also eben in dieser Abhängigkeit an einen anderen Menschen, diese ungesunde Zweisamkeit und das Ausnutzen von anderen Personen. Stilistisch ist das kein Horror-Comic. Es kommt sehr pastellig daher. Das, was sie als Magical Realist beschreibt, das sieht man da eben tatsächlich auch so, eigentlich die Geschichte dreht sich um ein Haus. Also das, was sie in ihrer eigenen Beziehung so erlebt hat, überträgt sie metaphorisch in die Beziehung zwischen einem Haus und der Familie, die in diesem Haus gewohnt hat. Und das Nachts erwachen in diesem Haus Wesen, die so ein bisschen wie aus einem Hayao Miyazaki Film sind. Also da kommt so dieses Magical Realist Element dann eben auch rein in die Geschichte. Also da herrscht ein Leben in dem Haus, abseits der Menschen, die auch in diesem Haus wohnen. Die Geschichte geht damit los. Die Geschichte ist in vier Abschnitte eingeteilt, in die vier Jahreszeiten. Beginnt mit Sommer, also wir haben Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Man kann sich schon denken, Sommer, noch so ein bisschen heile Welt, dann bricht das Ganze so ein bisschen, Winter ist dann so die richtig schlechte Phase und Frühling ist dann natürlich schon ein bisschen wieder so der positivere Ausblick quasi. Also diese Verarbeitung zwischen ich bin in dieser Beziehung, diese Beziehung läuft komplett falsch, zerbricht, ich zerbreche in gewisser Weise auch daran, aber es gibt eben auch eine Zukunft. Also es gibt diese Familie in dem Haus, diese Familie zieht plötzlich aus, aus dem Haus und das Haus erzählt die Geschichte auch so in Erzähltexten, das Haus und eben diese Wesen, die das Haus so beleben, die da damit wohnen, müssen also quasi darauf reagieren, müssen damit umgehen, dass plötzlich diese Menschen weg sind und auch nicht wiederkommen und dann eben auch so in Rückblicken reflektieren, wie war denn überhaupt diese Zeit mit dieser Familie, war das denn eigentlich alles so eine Symbiose, wie wir uns das vorgestellt haben, also war das eine gute Familie, die in diesem Haus gewohnt hat oder war das vielleicht doch früher schon nicht so heile Welt, wie wir eigentlich gedacht haben. Wie gesagt, das ist so der Erzählfaden in einem Comic, sieht für mich danach aus, dass es komplett digital gezeichnet ist, wie gesagt, in diesem etwas pastelligen Anime-Stil mit diesen Fabelwesen in diesem Haus und der ganzen Natur drumherum, sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Mit diesen 50 Seiten ist das auch, finde ich, eine angemessene Länge und ein angemessenes Format, in diesen vier Stufen das so zu erzählen und gerade eben natürlich auch mit dem Hintergrundwissen, dass die Autorin da eigene Erfahrung in dieser Fabelwelt quasi übertragen erzählt, finde ich das eine sehr spannende Sache, eine sehr persönliche Geschichte, die aber natürlich trotzdem auch einen universellen Ansatz hat, also ich denke, jeder kann da irgendwie was drin finden, jeder hat in seinem Leben wahrscheinlich schon mal irgendwelche Erfahrungen gemacht, die vielleicht nicht ganz so dramatisch sind, aber trotzdem mit den Gefühlen, die dort in dieser Geschichte so vorkommen, findet wahrscheinlich jeder Mensch irgendwie mal einen Zugang dazu, also hat mich sehr imponiert, hat mich sehr angesprochen und möchte ich vielleicht hier dann nochmal so als abgeschlossenes Beispiel von der Graphics Storytelling Seite vorstellen, also Frog Home von Ella Kessel. Ja, das scheint mir doch was Nettes, Kleines zu sein, mit aber durchaus der einen oder anderen Überraschung, das könnte, soweit ich diese Seiten hier sehe, vielleicht ist es nicht so harmlos, wie man vielleicht zunächst denkt, was würdest du sagen? gerade Tierfans kriegen hier den einen oder anderen Schocker quasi noch präsentiert, weil da greifen dann doch diese Horrorelemente durch, die aber ein bisschen spärlicher eingesetzt werden. Ich würde es auch nicht als Horrorcomic bezeichnen, aber mit leichten Horroranleihen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, Horror würde ich jetzt nicht ganz groß vorne drauf schreiben. Also das wäre in diesem Genre-Mix, dass das dieser Comic vielleicht ist, wäre Horror jetzt nicht das erste Element. Eben weil der Eindruck ja trügen kann, was würdest du meinen, wie alt man sein sollte, um das zu lesen? Puh, da stellst du Fragen, über die ich mir schon lange keine Gedanken mehr gemacht habe. Also ich habe natürlich gesagt, jeder Mensch ist durch solche Gefühle schon mal durchgehungen und kennt da schon mal solche Ansätze und so. Also gerade sowas wie verkackte Beziehungen oder sowas hat man mit zwölf vielleicht noch nicht so in dem dramatischen Sinne gehabt, wie es jetzt in dieser Geschichte verarbeitet ist. Also von daher diese inhaltliche Ebene, da muss man wahrscheinlich schon ein bisschen Erfahrung, Lebenserfahrung mitgemacht haben, um da dann wirklich auch was rausziehen zu können. Also ja, 16 aufwärts wahrscheinlich oder so. Sehr gut, ne? Ja, Petri, du hast ja auch durchgeklickt, hast du jetzt schon ein Trauma? Das habe ich permanent, aber nein. Alltagstrauma. Genau. Aber wie ich es schon angedeutet habe, gerade Tierfans könnten da den ein oder anderen Schocker kriegen, weil gerade diese fröhliche Farbgebung in der Verbindung mit dem, was später passiert, sorgt dafür, dass diese Schocker dann noch ein bisschen heftiger wirken. Auch, dass diese Farbgebung dann mit dem Winter dann auch immer ein bisschen mehr Farbe verliert. Lieber Breastorm, das waren jetzt drei Leute, die so eine Art Trigger Warning rausgegeben haben, ein ganz aktuelles Thema. Wirst du es trotzdem lesen? Ich würde es lesen, weil ich die Idee mit der zweiten Ebene sehr gut finde. Wenn das jetzt nur eine reine Tiergeschichte wäre, wahrscheinlich eher nicht. Aber durch diese Verarbeitung von eigenen Erfahrungen auf einer anderen Ebene finde ich das spannend, ja. Sehr gut. Ich vermute fast, wir haben an der Stelle alles gesagt, was man dazu sagen kann und ich danke vielmals lieber Andi fürs vorstellen und reiche weiter an den Breastorm, der ein Rezensionsexemplar bekommen hat, richtig? Ganz genau, Carlsen hat uns ein Rezensionsexemplar geschickt von der kleine Perry und als Gelegenheits Perry Roden Leser war das natürlich spannend für mich zu sehen, wie sie diese Figur verjüngen, denn Perry Roden ist ja die am längsten laufende Science Fiction Serie der Welt 1961 erschienen, läuft die Serie seitdem und bringt pro Woche einen Roman raus, also das muss man sich vorstellen, dass da wirklich jede Woche ein Romanheft rausgekommen ist seit 1961, ist ein Rekord und auch ein weltweiter Rekord, nicht nur ein deutscher. Perry Roden, klassische Abenteuer sind ja am Anfang sehr rustikal gewesen, es wurde sehr, sehr viel geballert, es wurde sehr, sehr viel weggehauen, Perry Roden war am Anfang auch noch sehr eindimensionale Held, wie das zu der Zeit halt auch oft üblich war, was so ein bisschen auch an den Autoren lag, da waren einige, die hatten Kriegserfahrungen und die haben teilweise ihre Kriegserlebnisse mit da reingeschrieben, verarbeitet, wie auch immer und so wurde das dann eine Zeit lang auch so ein bisschen als Lanzer im Weltraum verpönt, bis dann in den 70ern ging es los, da zog dann der Zeitkreis ein und die Außerirdischen wurden nicht mehr einfach weggeschossen oder mit Mutanten schwer bekämpft, also Mutanten waren da schon sehr früh ein Thema tatsächlich bei Perry Roden, sondern Perry Roden wurde ein riesiger Friedensfürst und immer der jeweilige Zeitgeist der Epoche ist dann in Perry Roden eingezogen. Hier haben sich die Autoren beziehungsweise das Kreativteam Olaf Brill und Michael Vogt Letzteren könnt ihr auch sehr gut auf Twitter folgen haben sich zusammengetan um Ex Ex genau Entschuldigung Ellen töte uns nicht Edeln Edeln ja Also die haben sich zusammengefunden um hier eine junge Version von Perry rauszubringen eine junge süße Version einfach das sieht man auch schon auf den Cover wir haben hier sehr große lächelnde Gesichter alles ist nett auf den Covern und das ist das große Gegenteil zu den Covern wie sie bei Perry Roden auch für mich in meiner Kindheit immer eine Bedeutung hatten weil also viele Cover waren halt tatsächlich so Science Fiction Weltraum und so weiter und so fort aber manchmal waren da auch richtig übel und fies horrormäßig aussehende Außerirdische drauf also da war schon immer sehr sehr viel Action auf den Covern und also der Andi Süd und ich sind ja in der Phase groß geworden wo jetzt noch nicht so ein Überangebot an allen möglichen Medien da war wo du dir einfach auch sehr gerne beim Zeitschriftenhändler einfach mal Cover angeguckt hast von so Romanseien auch wenn man die noch gar nicht gelesen hat oder als Kind ich hätte das Perry Roden auch gar nicht verstanden also wenn du da so sieben, acht, neun bist dann ist es glaube ich auch sehr schwierig da rein zu kommen und offensichtlich hat man jetzt gedacht oh da müssen wir was machen und hat den kleinen Perry rausgebracht und der kleine Perry ist dann tatsächlich auch sehr jung und er schafft es sich in das Raumschiff zu schmuggeln was auf dem Mond landen soll also das erste Raumschiff was den Mond erreicht die Geschichte wurde 1961 geschrieben als ja noch kein Raumschiff den Mond erreicht hat und spielte 1971 da hat man gedacht ja das wäre so die Zeit wo man vielleicht auf den Mond kommen könnte und in der Originalgeschichte wie auch in dieser Geschichte ist es so dass auf dem Mond die Arkoniden sind also eine menschenähnliche Alienrasse die mit weißen Haaren und sehr helle Haut auf dem Mond sitzen und ihre eigenen Probleme haben und dann muss der große Perry Roden kommen und muss die die das ganze Universum zu ihm gekommen sind muss die von ihren Problemen befreien der es gerade geschafft hat in eine Rakete zu steigen und auf dem Mond zu landen und auch in diesem Band ist es so ein bisschen so nur dass Perry Roden nicht der Kommandant des Raumschiffs ist was auf dem Mond landet sondern es eigentlich sein eine Serie echter Kumpel Bulli der das Raumschiff dann auf dem Mond bringen soll und er ist ein kleiner Junge der sich da einschmuggelt er hat auch schon einen Mausbieber dabei den er Gucki genannt hat auch was was in der Originalserie deutlich später passiert dass die überhaupt auf dieses Wesen Mausbieber treffen und hier wird einiges miteinander vermischt aber auf eine ganz spaßige Art und Weise also das Konzept ist so wie ich es verstanden habe also einmal für junge Leser gedacht aber natürlich auch um viele von den alten Lesern mitzunehmen wie zum Beispiel bei den Abenteuern des jungen Spirou und ähnlichen Sachen wo wir einfach eine abgedatete Version von den Storys haben im neuen Gewand denn es gab ja auch schon in den 70ern gab es schon Pariroden Comics die legendär sind von diversen italienischen Zeichnern die ja man muss sagen deutlich psychedelisch angehaucht waren also das sah teilweise wirklich aus wie ein Drogentrip ein paar neuere wurden zum Beispiel von Alligator Farm gemacht hatte ich damals im Abo und ja diese Generation jetzt mit Olaf Brill und Michael Vogt hat jetzt den kleinen Perry gemacht und das auf eine wirklich süße angenehme nette Art und also optisch hat es mich sehr oft an es war einmal der Weltraum erinnert wenn ihr diese Zeichentrick Serien noch kennt also zweimal das Leben und so weiter und da gibt es ja auch es war einmal der Weltraum und da sind also da hatte ich sofort die Assoziation ist natürlich klar süße niedliche Wesen im Weltraum das kommt optisch da schon hin es macht mir aber auch Spaß die ganzen klassischen Figuren da im Stil von Michael Vogt zu sehen und Cress zum Beispiel dargestellt hat aber auch die restlichen Kostüme und auch Gucki ist interessant dargestellt wird auch erklärt warum Perry den schon von Anfang an als Kind irgendwie am Start hatte und ja es ist für mich ein Auftakt zu einer schönen Serie die man sich hier für 16 Euro holen kann im Hardcover tatsächlich auch also dafür ist das auch ein sehr guter Deal und ja wir mit Perry Spaß hat wird damit Freude haben wie das auf Kinder so wirkt ob die da direkt so mitkommen wenn sie die andere Story nicht so verstehen das kann ich nicht sagen aber es wurde natürlich auch dementsprechend vereinfacht so dass ich mir vorstellen kann wenn die Kids an Science Fiction Spaß haben könnten sie hier als Einstieg auch Spaß an Perry haben ist noch interessant dass du sagst das Ganze glückt das ist also kenne ich ja von ihm jetzt auch nicht aber ich kenne halt diese Geschichte mit dem Roboter was er gemacht hat und ich kenne halt auch ein Teil von dem was er macht für dieses Cosmic Dings und muss sagen es ist so ganz anders es ist auch deutlich simpler zumindest das was ich in der Leserprobe sehe als das was mich da auf dem Cover erwartet ja interessant ne also auch da vielleicht kannst du es besser einschätzen was wäre denn so das empfohlene Lesealter ich komme ja später auf Bone zu sprechen da ist es auf jeden Fall ein Thema was meinst du was wo geht es los ja also ich würde vielleicht schon so neun sagen frühestens wobei man neigt ja natürlich dann dazu auch Kinder vielleicht da so ein bisschen zu unterschätzen was können sie jetzt aufnehmen und was können sie nicht aufnehmen das hat bei uns früher auch keiner gemacht hat gesagt das würde schon verstehen oder das würde nicht verstehen mit dem Stil von habe ich nicht verglichen mit seinem alten Stil sondern den Stil den er in diesem Band halt hat ne und wie gesagt da fühlte ich mich schon ganz klar an es war immer im Weltraum erinnert aber das ist einfach dadurch das ist wahrscheinlich bei vielen niedlich gemachten Verjüngungen von Figuren einfach so dass das in so einen ähnlichen Stil auch reingeht das haben wir auch bei den bei den jungen Versionen von den Marvel Figuren bei den jungen Versionen von den DC Figuren die werden ja immer im sehr niedlichen Stil gehalten man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen wir hätten versucht ein realistisches Kind da drin abzubilden und die Story so aufzubauen aber nein es geht schon genau in die Richtung wie zum Beispiel bei den jungen Marvel Helden oder so ja ja ich würde zumindest mal durchblättern das ist auch so einer wo ich nicht so restlos überzeugt bin Andi hast du eigentlich bei den Perry Roden Sachen mal reingelesen bei den Romanen kennst du dich da aus ich habe wenig Berührungspunkte mit Perry Roden ich weiß wir haben als Kinder ein paar so Hörspiele damals gehört Freund von mir hatte da ein paar von den Hörspielen das war eigentlich so der einzige Berührungspunkt den ich hatte außer dann was Breedzum auch schon gesagt hat wo ich so die die Cover aber sonst Perry Roden nix nix gelesen oder in keinem anderen Medium wirklich wirklich konsumiert so nah war ich da nie dran da würde es mich auch überraschen wenn du jetzt das hier als Ansatz nehmen würdest wenn ich mich jetzt für Perry interessieren würde dann eher für den großen als für den kleinen Perry verstehe Patrick wie sieht es bei dir aus Science Fiction das ist ja auch ein bisschen dein Ding hast du Bock ich habe das Ding sogar gelesen und jetzt können wir das ganze aus der Sicht von jemandem schildern der davor als Berührungspunkt nur einen Schläfertsfilm von Perry Roden gesehen hat und sonst davon gar nichts gelesen hat ich habe den Comic gelesen ja es ist irgendwie anders als der sonstige Stil von Michael Vogt aber gerade er war für mich der Kaufgrund da mal überhaupt reinzulesen ich fand es einen schönen Anfang ich fand dieses verkindlicht mich hat das auch so ein bisschen an Lucky Kid erinnert also die Kinderversion von Lucky Luke wo er quasi auch als Kind in den Western geworfen wurde nur dass Perry hier in den Welträumen geworfen wird spätestens wenn Roboter ins Spiel kommt erkennst du diesen Michael Vogt Stil dann doch ganz gut wieder ich fand es wirklich eine süße kleine Science Fiction Story ich werde da auch dranbleiben es war wirklich eine süße kleine Science Fiction Story ich weiß noch nicht worauf das Ganze hinausläuft ich habe nicht mal ansatzweise das von den Anspielungen verstanden noch wenn ich denke ach ja die Personen die öfter jetzt mal ein Bild zu sehen sind die werden wahrscheinlich jetzt irgendwann mal eine Rolle spielen eine größere fand es auch sympathisch wie er da quasi in dieses Raumschiff stolpert und dann da auf dem Mond landet alles wirklich ein sehr netter schöner Science Fiction Comic und mit 16 Euro für ein Hardcover ist das auch mal ein netter Preis also nett oder süß ist wirklich das was den Comic am besten beschreibt wenn ihr Michael Vogt mögt dann gibt dem ganzen eine Chance ich fand es schön auch wenn ich so eine erwachsenerin Comics dann doch ein Stück weit mehr mag ja aber da hat ja Patrick jetzt eigentlich einen ganz guten Punkt worauf soll das ganze hinauslaufen ich meine wir haben tausende Romane die ja tendenziell grundsätzlich theoretisch irgendwie auch eine Vorlage für ein Comic sein könnten jetzt mal theoretisch das ganze explodiert mega wird total der Erfolg und so was könntest du dir vorstellen in welche Richtung das geht gibt jetzt so der erste Band schon gibt dir das schon her dass man da so ein bisschen spekuliert über ein Comic Universe Perry Roden oder vielleicht auch neue Geschichten gibt es da schon irgendwie so Sachen wo du sagen würdest okay ist es jetzt schon oder wird ein wirtschaftlicher Erfolg wo du dir vorstellen könntest in welche Richtung das ganze geht also ich kann also ich kann mir vorstellen dass die sich natürlich auch Gedanken gemacht haben einerseits der Name Perry Roden verkauft halt immer andererseits ist da natürlich der Verlag deutlich dran interessiert Nachwuchs auch zu bekommen und du kannst den heutigen Kind glaube ich sehr sehr schwer unternehmen Stardust also den ersten Roman in die Hand geben und erwarten dass es dann die ganzen 3000 plus Romane von vorne bis hinten durchliest zumal der Schreibstil von verschiedenen Autoren natürlich immer geprägt wurde also es war jetzt nicht so wie bei John Sinclair der am Anfang wo alles von einem geschrieben wurde sondern es waren von Anfang an deutlich unterschiedliche Autoren und auch für mich der ich die ersten 25 Silberbände und ein paar Miniserien und Einzelbände und sowas gelesen haben ein paar Taschenbücher das heißt ich habe ungefähr ja so 8% der Handlung wenn auch nur über Silberbände also über Zusammenfassungen mitbekommen und das kannst du so einem Kind heute nicht mehr in die Hand drücken weil das Kind hat einfach viel zu viel Auswahl also warum ist das damals so ein riesiger Erfolg gewesen 1961 ja wahrscheinlich sahen die Regale zu der Zeit nicht so voll aus wie sie jetzt aussehen sondern du hattest wahrscheinlich Science-Fiction mäßig sehr sehr wenig Auswahl das heißt alle haben Perry Roden gelesen und du hast vielleicht auch Phasen wo vielleicht ein Autor dabei war der ziemlich lahm schreibt also da da habe ich ein paar Namen die mir da im Kopf rumspuken der hat dann nicht mehr wettgemacht dass andere Autoren halt genial waren und um das zu kompensieren haben sie ja vor einigen Jahren Perry Roden Neo rausgebracht das heißt ich kann als Leser einsteigen in ein aktualisiertes Perry Roden Universum was nicht mehr ganz so trocken ist oder vielleicht auch nicht ganz so ja zu so ballerlastig wie die ersten ja sagen wir mal 100 150 Romane waren sondern ich habe da eine neuere Version von also genau wie die wie wie wir es bei den Ultimates gesehen haben wie Marvel das zum Beispiel gemacht hat dass du einfach leichter reinkommst und in eine Storyline und dann sagst okay ich möchte mehr lesen und steigst dann in die aktuelle aktuelle Roman Serie ein und da denke ich das könnte so ein kleiner Unfixpunkt sein und sie wissen natürlich dass viele Fans einfach sagen werden ja das nehme ich auch mit und dass das auf keinen Fall nur Kinder lesen werden für mich ist das ganz eben wirklich so unübersichtlich wie zum Beispiel One Piece mit seinen 1050 Folgen wo ich dann auch denke will ich mir das antun da ist sowas wie Young Perry wirklich ein optimaler Einstiegspunkt wo ich dann erkenne okay das sind die Anfänge da kann ich irgendwie sympathisieren vielleicht gehe ich damit ich finde die Idee ja eigentlich sympathisch dass du da jetzt wirklich mal quasi einen Reboot startest und mal guckst wo das Ganze hinführt und auch mal Neuleser an die Hand nimmst ja also Steify ist ja mein Ding und hey Roden da brauche ich auf jeden Fall irgendwie auch mal einen ganz dringenden Einstieg aber ich muss sagen optisch spricht es mich halt gar nicht an das ist halt ein super simpler zumindest vom ersten Eindruck her Kindercomic und also vorausgesetzt da ist nicht noch eine zweite Ebene drin oder so spricht es mich gar nicht an schade eigentlich ich rede auch nicht ich rede auch nicht gern schlecht über Michael Vogt und er hat da wirklich eine super Arbeit abgeliefert ich finde den Comic süß aber wenn es dich nicht anspricht verstehe ich das auch ja so sieht es aus mit dem kleinen Perry lieber Patrick vielleicht hast du ja was dabei was mich weil es geht ja immer nur um mich ich bin das Zentrum von allem was mich mehr anspricht ich erinnere dich daran wenn du mir das Rezensionsexemplar von dem aktuellen Miyazaki geschickt hast aber ja okay ähm ja jetzt haben wir die Trollbrücke von Neil Gaiman natürlich von Colin Durand gezeichnet und von Galina Althoff übersetzt basiert auch auf einer Novelle beziehungsweise auf einer Prosa von Neil Gaiman und das ist wirklich wieder eine schöne Geschichte da geht es um den siebenjährigen Jack der ist dabei gerade die Gegend zu erkunden und irgendwann entdeckt er da bei einer Brücke die ziemlich wahllos in dieser Naturgegend steht auf einmal einen Troll und der Troll will ihm eben diese ganze Lebensenergie beziehungsweise er will sein Leben fressen und Jack kann sich da irgendwie rausfinden und sagt ja ich bin erst sieben ich hab noch nicht so viel erlebt wie wärs wenn ich dich später besuche wenn ich ein bisschen mehr erlebt habe und dann besucht er ihn als Erwachsener und es kommt noch mal zu einer Konfrontation mit diesem Troll also die Story ist jetzt nicht allzu komplex aber das Interessante ist dass am Anfang diese Farbgebung die ist noch sehr sehr bunt es ist noch sehr sehr kindlich also du merkst wie Jack diese Gegend erkundet und als Erwachsener ist er wirklich ein sehr sehr anderer Mensch die Gegend ist er auch düsterer Jack ist er auch ein bisschen abgefuckter dass er fast schon von der Boshaftigkeit dem Troll im Nichts nachsteht und auch die Farblebung ist dann so richtig schön Trist also auch die spiegelt so sein Eigenleben wieder beziehungsweise sein Inneres dass das fast schon so eine Perspektivenverschiebung ist also wenn der Erwachsene Jack mit dem Troll aufeinander trifft weißt du gar nicht mehr so wirklich mit wem du von den beiden sympathisieren willst weil gerade das ist das Interessante weil am Anfang ist es wirklich so ein feinfühliger Kindercomic und am Schluss ist diese Geschichte über das Erwachsenwerden sehr traurig sehr düster sehr abgefuckt und es ist wirklich eine sehr sehr schöne Story von Neil Gaiman auch der Stil von Colin Durant ist hier ein bisschen variiert also es ist mehr so der klassischere Comic und nicht so dieser mittelalterliche Heilige Graal Comic oder Snow Epic Glass sondern es hat schon so leichte Sandman Vibes das hat mir wirklich gefallen im Prinzip ist es so ein bisschen wie wo die wilden Kerle wohnen ein noch düsterer oder eben wie der Film von Spike Jones und das hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen ich bin auf den Titel gestoßen weil Sandra also vom Comic Klatsch hat das immer wieder empfohlen das ist so eine ihrer Lieblings Neil Gaiman Stories und ich verstehe das eine wirklich schöne Novelle ist die irgendwo auch sehr depressiv ist sehr sehr traurig ist und trotzdem eine schöne Story wirst erwachsen werden also ist wirklich sehr sehr ambivalent aber ich mochte es und sage hey das ist ein super Einstiegscomic bei Neil Gaiman auch da ist nicht allzu viel Wissen über Mythologien erforderlich auch da findet dieser Treu beziehungsweise dieser Mythologie Aspekt am Rand statt trotzdem wieder ein sehr sehr schöner Comic wo ich sage Josh wieso hast du da nicht zugegriffen in der Leseprobe da sehen wir dass das vor allem so Artworks und Seiten sind wo dann so ein großes Bild vielleicht ein zweites und mal ein drittes drin ist aber das ist nicht wie bei den Alben die der Andi vorhin angesprochen hat zugekleistert mit Panels zieht sich durch ja also es gibt so ein paar Panels da hast so diese klassische Comic Aufteilung aber das ist jetzt eher so selten das hast du zum Beispiel wenn sich Jack und der Troll quasi so ein bisschen so ein Blickduell liefern sonst ist es wirklich so große Pendels aber das ist auch das Schöne dass Colin Duran ihren Stil variiert dass sie da nicht sklavisch an diese wie nennt man es an diese Konvention gebunden ist sondern dass sie der Story so viel Raum so viel Raum lässt wie sie braucht wenn es viel Dialog ist dann machst du viel Dialog wenn es wenig Dialog ist und wenn es viel über Details erzählt wird dann lässt es über Details erzählen ich finde es trotzdem einen sehr sehr wunderschönen Comic oder vielleicht auch gerade deswegen wenn Jack die Umgebung erkundet und du erfährst dass da eigentlich mal ein Zug gebaut werden in der Eisenbahnschiene gebaut werden sollte diese verworfen haben und auch die Naturlandschaften auch sehr sehr viel erzählen auch über das Innenleben von Jack ich mochte den sehr und laut Sandra ist da diese dieses Hörbuch das sie in der Live-Lesung in Leipzig erlebt hat auch sehr sehr gut also das werde ich mir auch mal anhören beziehungsweise antun verstehe ich hatte das mich hat das geflasht basiert das auch das habe ich nicht ganz mitbekommen auf so einer Kurzgeschichte ja mal wieder das basiert auch auf einer Kurzgeschichte von Neil Gaiman ich habe das Gefühl dass bei der Neil Gaiman Bibliothek wirklich viele Kurzgeschichten von Neil Gaiman plündern und dann adaptieren gut das sind ja in dem Fall auch 164 Seiten genau das kann man schon mal machen Andi wie sieht das bei dir aus kennst du die Vorlage hier auch ja auch die das ist auch eigentlich so eine seiner bekanntesten Kurzgeschichten die auch diverse Preise gewonnen hat damals und so das ist so ein Kernwerk seiner frühen Kurzgeschichten auch hier ja das was du jetzt gerade auch so stilistisch beschrieben hast diese nicht viele Panels etc ich habe jetzt auch natürlich in die Leseprobe reingeschaut es ist halt es ist eher schon fast ein bisschen so illustrierte Kurzgeschichte als dass es eben es ist jetzt nicht so stark verkomikisiert quasi dadurch natürlich auch so diese etwas größeren Illustrationen und mehr Erzähltext in Boxen was ja vollkommen legitim ist so auch aber ich denke da da berührt es dann eben auch so mit her und ja also von daher ich mag auch da hier wieder die Kurzgeschichte und alles was ich dazu sagen habe habe ich vorhin auch schon gesagt sehr gut Breedstorm hast du die Vorlage gelesen kennst du vielleicht sogar diesen Comic hier leider nein in das Werk von Gamel müsste ich mich nicht mehr deutlicher einarbeiten als ich es bisher getan habe aber ich gelobe der Besserung und auch da sage ich ja warum nicht wenn es schon als Comic umgesetzt ist würde ich mal reinschauen muss ja noch ein paar tausend Romane von Perry Ronen lesen aber für den Comic habe ich dann extra die Besprechung von dem Spyro Comic verschoben sorry Breedstorm aber das hat mich dann emotional doch ein bisschen mehr gepackt als das Comic Syndrom keine Sorge fehlen da hat man zwei Monate Zeit zu lesen ich freue mich sehr auf deinen großen neuen Perry Roden Podcast der dann mal beikommt Breedstorm ich freue mich sehr mit Sandra von Booknapping unbedingt ja genau apropos mach mal Eigenwerbung wie sieht es denn eigentlich gerade aus bei deinem anderen Podcast Projekten Breedstorm ja also es ist tatsächlich schon eine Folge des taumaturgischen Lesekreises draußen wie ich schon gesagt habe die Zweitfolge dauert noch ein bisschen aber wir geloben natürlich Besserung aber dafür wird es natürlich eine High Quality Folge das kann ich jetzt schon sagen nach Monaten Vorbereitung sag doch mal ganz deutlich den Namen damit man das finden kann wenn wir das Lesekreis taumaturgie ist wunderstiftend und hat nichts mit Terry Pratchett zu tun da ist nämlich die taumaturgie das Wort für die Anwendung von Magie in diesem Universum Dankeschön ja ich habe viel Terry Pratchett gelesen ich wusste dass es mir bekannt vorkommt sehr gut dann kommen wir zu meinem zweiten Comic für heute die Rede ist vom ersten Band der Reihe Bone von Jeff Smith er trägt den Band Titel Flucht aus Boneville Nummer eins und das ist so eine Reihe da habe ich mal geguckt und ich habe den Eindruck als wäre die schon bei verschiedenen Verlagen mal so ausprobiert wurden die lief bei Carsen bei Tokio Pop und auch bei Popcom was glaube ich so eine Art Nachfolgeverlag von Tokio Pop war wenn das nicht stimmt korrigiert mich gerne an späterer Stelle wenn ich euch befrage ob ihr Bock auf Bone habt und dazu muss ich auf jeden Fall noch mal rausholen kurz erzählen dass es eine sehr persönliche Möglichkeit gibt nahezu kostenlos könnte sagen umsonst an diesen ersten Band zu kommen ihr müsst einfach nur zum Frankfurter Comic Stammtisch kommen da gibt es nämlich den lieben Leger Legende ihr Ehren Cookie und hier auch über Jahre mit Podcast bei den Comic Cookies gewesen der verschenkt den ich weiß noch ich habe irgendwann mal zu einem Weihnachtsstammtisch mal einen Kumpel mitgehabt zu diesem Comic Stammtisch und selbst dieser Kumpel dessen Zugang zum Thema Comic hat einfach so diesen Comic in die Hand gedrückt bekommen warum ist das so nun ja also zwischendurch ist glaube ich alles verjährt man kann das glaube ich auch erzählen der Legende hat mal im Comic Laden gearbeitet und er ist großer Jeff Smith Fan und um dann an irgendwie war es eine Signatur oder war es ein besonderer Druck oder vielleicht sogar eine Zeichnung von Jeff Smith zu kommen musste man nur ich sage jetzt mal eine hohe Zahl tausend mal Band eins von diesem war halt riesen Fan also hat er über diesen Comic Laden in dem er ja auch nur mitgearbeitet hat tausendmal Bone bestellt das ging scheinbar finanziell irgendwie und es könnte sein dass sich tausendmal Bone Band eins vielleicht nicht unbedingt so gut verkauft hat weshalb da jetzt irgendwie kistenweise dieser Comic beim Legende ja im Privathaus steht im Keller und hat Platz weg und deswegen kann man da relativ kürzlich rankommen auch meine Ausgabe die von der ist also habe ich von ihm bekommen man kriegt den halt in diversen Ausgaben auf jeden Fall heute noch zu kaufen und das ist ein Comic der ist recht bekannt der gilt als Kindercomic was er aber nicht ausschließlich ist und trotzdem sehr gut als Kindercomic übrigens funktioniert darauf wollte ich mal hinaus denn ich hatte so ein bisschen im Kopf das könnte was sein und so und nach den ersten Seiten war ich mir recht sicher dass das was ist was ich mal meinem Nachwuchs vorlesen könnte habe ich dann auch getan und so viel richtig Spaß dabei gehabt wie Papa hier diesen Comic vorliest das hatte so ein bisschen natürlich dann auch was von einer Trickfilmserie quasi und so wenn man das halt entsprechend untermauert und untermalt auch beim Vorlesen und ihr hat der erste Band oder den Teil den sie davon halt eben kennt sehr gut gefallen im Zentrum von Bone stehen zumindest in dieser Ausgabe verschiedene Figuren die uns gleich auf der ersten Seite vorgestellt werden das sind vor allem die drei Bones Phone Bone Smiley Bone und P-Bone das sind drei Figuren aus Boneville scheinbar heißen die alle irgendwas mit Bone kommen aus Boneville und die sind quasi aus der Flucht aus Boneville weil halt der dritte von denen die ich gerade genannt hatte der hat Mist gemacht die müssen fliehen und fertig mehr muss man gar nicht wissen sie müssen über den Berg drüber quer durch die Wüste und landen dann auf kurz oder lang in einem Fantasy Wald und aber auch alle verstreut das heißt es geht im ersten Band darum dass sich alle drei wieder zusammen finden wollen und wir folgen vor allem Phonebone dem wenn man so will fast schon sympathischsten von den dreien dabei halt eben bei diesem Journey durch den Wald und die Figuren die er kennenlernt um seine beiden anderen Dudes zu finden außerdem lernen wir noch Thorn kennen Thorn ist eine junge Frau die menschlich ist und ihre Großmutter ist es Grandma Ben außerdem gibt es noch einen roten Drachen der ist wohl krass und kann kämpfen es gibt noch sowas wie böse Wichte das sind irgendwelche fälligen Wesen und das Ganze ist aber effektiv total harmlos es ist so ein kleiner aber Final Fantasy Geschichte so ein Road Trip und es passieren Dinge und alles ganz nett und es ist zum Beispiel auch was wo innerhalb kurzer Zeit auch so ganz viele Facetten des Comic Handwerks genutzt werden nur mal ein Beispiel gleich von den ersten Seiten unsere drei Protagonisten müssen vor einem Schwarm Insekten fliehen das sind irgendwie so Fliegen oder sowas und dieser Schwarm ist halt ein echt großer Schwarm vor dem die fliehen müssen Heuschrecken sind Heuschrecken und die kommen halt auf die zu und dann sind diese drei Figuren in diesem Schwarm drin und dann ist halt dunkel und wieder also dieser Übergang ist von oh mein Gott da kommt ein Schwarm bis hin zu oh mein Gott der Schwarm ist da und oh mein Gott wir sind im Dunkeln und oh mein Gott wir verliehen uns gerade alle das ist halt einfach schön gemacht und das funktioniert natürlich eben auch mit die das die die Gattung Genre die Gattung Comic bietet der eben anbietet genau das ist auch Cartoon-Neske ein Stück weit aber in einem Rahmen den ich nicht unangenehm finde denn liebes Publikum ihr wisst vielleicht ich stehe gar nicht so auf Cartoon-Neske Zeichensstile ich finde es im Regelfall eher anstrengend sowas zu lesen das ist hier nicht so schlimm ganz im Gegenteil das fand ich schon so dass Kinder das einfach auch so mit plänkeln lassen kann hier in diesem Hardcover-Band sind die ersten sechs Kapitel abgedruckt die vermutlich ursprünglich mal als Einzelhefte erschienen sind und man kann so sicherlich die als abend Geschichte ganz gut auch vorlesen wenn man das möchte ich in unserem Phone-Bone und ist alles ganz süß und lustig und irgendwie nett auch und da kommt ein Herzchen aus seinem Kopf der ist halt immer so schockverliebt das ist ganz cool aber ich habe es gerne gelesen ich finde es toll ich weiß nicht ob ich Band 2, 3 und alle fortfolgenden lesen wollen würde soweit ich hier den Überblick habe gibt es wohl neun dieser Sammelbände zusätzlich gibt es noch Einzelbände die dann so eine Art weiß ich gar nicht zusätzliche Geschichten halt erzählen der Legere Legende kann da bestimmt nochmal ergänzend in unseren Chats was zu schreiben oder du da nochmal und das ist halt wirklich nett es ist schön und ich kann mir gut vorstellen dass das was ist was vielen Menschen gefallen könnte wohl so easy reading ist ein Stück weit auch ich habe durchaus Bock mir jetzt nochmal genauer anzugucken was der der Jeff Smith bei Russell gemacht hat auch das ist eine Reihe eine abgeschlossene die es in einem dicken Band gibt den habe ich auch noch zu Hause stehen denn ich glaube das ist wohl ein bisschen was ich möchte das Wort erwachsener jetzt gar nicht zu benutzen aber weniger Kind auf jeden Fall darauf freue ich mich noch ein Stück weit und ich fand es auch ganz interessant dann hier mal tatsächlich auch einen Namen wieder zu erkennen den ich auch kenne nämlich von der Übersetzerin Monja Reichert die hat das ganze Ding hier wohl übersetzt und die hatte ich vor nicht allzu langer Zeit mal in einem großen Special zu Gast da haben wir über das Übersetzen von Comics gesprochen da könnt ihr gerne bei meinem anderen Podcast gerne mal reinschauen ja und dann ergänzt gerne noch Patrick also auch zur Frage was habe ich jetzt alles nicht erwähnt was fehlt noch was für Reihen gibt es wo ist der Anfang wo ist das Ende es gibt sowas wie eine Complete Edition da fehlen zum Beispiel die Speziale und das ist eben schwarz-weiß aber da hast du diese ganze Bone Story für 30 Euro komplett also sowas wie eine Complete Edition nur ohne Farbe oh ich habe 9,5 Euro was gesehen irgendwo zu dem Zeitpunkt als ich das gekauft habe war das deutlich niedriger Sekunde wir sind so professionell ich laufe mal zum Regal hin und hole das Ding ah Mann ja diese schwarz-weiß Edition hatte ich damals auch die waren so ja wie so Manga im Prinzip von der Machart so ein bisschen und ich kann das nur unterstützen das war eine sehr schöne Reihe Russell hat mir nicht so gut gefallen ah ja also ich habe ich habe hier die Edition das war 29 95 schwarz-weiß heißt Complete Edition da war das in einem dicken Softcover nur eben ohne die Speziale man kann es trotzdem gut lesen das ist die englische Ausgabe oder? ja ich habe was? die englische Ausgabe nee nee es gibt es auch auf Deutsch ah ok ich habe die englische mir war nicht klar dass es die die komplette auch auf Deutsch die wurde von Tokio Pop vertrieben also die Frage ob es die noch gibt war keine Ahnung weiß ich nicht ich weiß es nicht ich habe die vor Ewigkeiten gekauft ich kenne auch die schwarz-weiß ist die Originalausgabe also die Bücher sind erst nachträglich koloriert worden in den USA als dann also die Jeff Smith hat ja seinen eigenen Verlag Cartoon Books da bringt er die Bone Sachen selber raus die Einzelhäfte sind zwischendurch mal bei Image erschienen dann wieder zurück zu Cartoon Books und gerade eben dieses Telefonbuch mit allem das vertreibt er selbst über Cartoon Books aber die Farbausgaben sind über Scholastics vertrieben Scholastics ist also ein Verlag die eben speziell so für Schulen etc. eben so Kinderbücher machen und die haben die Farbausgaben von Bone also es ist erst nachträglich dann koloriert worden für diese Ausgaben die Kolorierung ist auch super die Kolorierung ist wirklich super geworden und ich kenne eben die beiden großen Vorbilder Jeff Smith mochte es dass bei den Dagobert Comics von Dolm Rosa zum Beispiel wirklich den Charakteren nicht viel passieren kann auf der anderen Seite mochte der eben aber auch wirklich sehr sehr gerne die Herr der Ringe Saga deswegen hat man das miteinander verbunden wir haben ja auch wirklich hier in dieser Saga einen Charakter der sehr an Dagobert erinnert das ist der Phonical Bone das ist der mit dem Stern auf dem T-Shirt der ist ein alter Zocker der hat der sorgt immer wieder dafür dass die Leute aus Dörfern vertrieben wurden mein Lieblings Running Gag ist hier wirklich mit den Ratten also mit diesen Riesenratten die dann immer davon schwärmen dass sie die Quiche essen wollen also das ist wirklich so der größte Running Gag in dieser Reihe wie du es am Anfang schon angedeutet hast wenn du Leger Legende kennst dann bist du um diesen Comic nicht drum rum gekommen und trotzdem weil dieser Comic hatte der so eine Wirkung dass der sogar bei mir in der Stadt Bibliothek komplett in Farbe vorlag also ich hab das damals auch schon gelesen einige Jahre bevor ich Leger Legende kannte trotzdem ja er drückt dir den Comic in die Hand wenn du da zum Comic Stammtisch kommst aber vielleicht kannst du da nochmal ergänzen auch ein bisschen zur Handlung und zur Story und zum Verlauf und so ich hab jetzt den ersten Teil gelesen und da geht es halt darum dass man die Figuren kennenlernt die Welt etabliert wird am Ende finden alle zusammen und dann wird es auf kurz oder lang wohl innerhalb der neuen Bände darum gehen dass man halt gegen die Bösen kämpfen muss gibt es dann da irgendwie also wird das spannend bleibt das spannend ist das wirklich was 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 einen konstant am Ball behält oder eher nicht so mich hat es am Ball behalten auch wenn es natürlich sehr cartoony ist wird für die Bone-Verhältnisse natürlich ein bisschen erwachsener es hat dann später mehr mit Fantasy-Kreaturen und Drachen zu tun also da gibt es schon einen gewissen roten Faden und eine gewisse Fantasy-Handlung die sich da mehr durchzieht also am Schluss ist es ein bisschen mehr generische Fantasy und wie wir Leger-Legende kennen beziehungsweise wie wir von ihm gerne erzählen es gab da mal ein Computerspiel Leger-Legende hat sich nur für dieses Computerspiel von Bone dann einen neuen Rechner zugelegt damit er das zocken konnte also er so sehr liebt er diese Reihe Jeff Smith hat wirklich schönes Artwork ich kann auch die Shazam Reihe von ihm empfehlen ich hab nur so zwei drei Comics von ihm gelesen und da fand ich bei allen das Artwork wirklich sehr sehr schön gerade Bone ist wirklich so ein netter Comic den du dann auch mit deinen Kids oder mit einem jüngeren Publikum lesen kannst deswegen verstehe ich den Leger-Legende dass das absolut an sein Schema passt und dass er dann absoluter Fan ist und er das auch heute noch empfiehlt inklusive den Rasel also wenn du bei ihm damals den Rasel-Band gekauft hast dann hat er dir dann noch Leser-Briefseiten ausgedruckt aus dem Original die eben nicht vorlagen also kann ich sehr empfehlen quatscht leset ihr gerne beim Comic Stammtisch Frankfurt an holt euch ein Boneband ist ja der München-Deutschland man kann da schon mal hinkommen ist auch kaum Weg von Hamburg aus von Flensburg und München naja geil kannst du dich da noch erinnern wie du das gelesen hast und wie du es fandest ja ich hatte ja schon gesagt dass ich das eine sehr gute Reihe fand mit der ich eine Menge Spaß hatte obwohl ich lange Zeit einen Bogen um die Reihe gemacht hatte weil mich die die Bonefiguren also diese drei von den Covern her erst gar nicht so angesprochen hatten weil da hatte ich auch die Assoziation schon Akatuni und sehr reduziert hier alles aber das sind ja eigentlich nur die Figuren und bei den restlichen in dem ganzen Universum ist es hier überhaupt nicht so und auch durch die dauernden Hinweise von Michael bin ich dann letztendlich dazu gekommen ja Andi du hast scheinbar da auch ein bisschen Ahnung von dem Ganzen ich vermute mal du hast die Reihe auch gelesen oder ja nicht bis zu Ende muss ich ganz ehrlich zugeben ich hab mir damals dann eben als dann irgendwann mal der also ich hab zwischendurch als die Einzelhefte noch laufen hab ich mal eine Weile die Einzelhefte gekauft aber das war so mittendrin das hat irgendwie auch nicht so richtig Sinn gemacht und als dann eben Jeff Smith irgendwann so diesen alles in einem Band rausgebracht hat für kleines Geld den hab ich mir damals geholt und auch ein gutes Stück davon gelesen aber wie das dann immer so ist irgendwann mal wieder hingelegt und eines der großen Projekte die mich immer im Regal anschauen und sagen lies mich endlich mal komplett zu Ende und ich sage ja irgendwann lese ich dich endlich mal komplett zu Ende ich find's total toll also zeichnerisch also mich spricht das ja sehr an dieser kartonige Stil der Patrick hat schon zwei der großen Vorbilder auch gesagt Herr der Ringe bin ich auch ganz stark mit aufgewachsen dann Karl Barks Donald Duck Dagobert Duck da bin ich auch ganz stark mit aufgewachsen dann Rose auch ja das dritte große Vorbild noch für Bone da bin ich nicht wirklich mit aufgewachsen aber das ist die alte amerikanische Zeitungscartoon-Reihe Comic-Reihe Pogo von Walt Kelly fand ich auch immer super spannend will ich auch irgendwann mal lesen aber das war noch so das dritte Ding von dem Jeff Smith da sehr sehr beeinflusst ist und dann dass er halt wirklich als als einzelne kleine Firma quasi als ein Mann und seine Frau arbeiten noch mit und so über Jahre hinweg dieses Epos auch geschaffen hat innerhalb eines Comic-Marktes damals in den 90er Jahren der da nicht wirklich für ausgelegt war dass solche Indie-Hits ständig entstehen würden Image war noch ganz neu oder gab es vielleicht auch noch gar nicht als er angefangen hat da bin ich mir nicht hundertprozent sicher aber es war dann eben so dieser Indie-Erfolg der auch maßgeblich mit dafür verantwortlich ist dass sich so Sammelbände überhaupt so richtig durchgesetzt haben also es war ja damals überhaupt nicht üblich auch gerade bei den großen Mainstream-Verlagen dass es von allem auch immer Sammelbände geben würde es war ja wirklich ja kaufst du diesen Monat und wenn du es diesen Monat nicht gekauft hast kannst du schauen wie du es wieder herkriegst falls du es dann drei Monate später haben willst und Bone hat das eben vorgemacht dass es funktioniert weil es eben als All-Ages-Story auch ein anderes Publikum angesprochen hat als jetzt einfach nur das klassische mittwochs Comic-Laden-Superhelden-Publikum sondern eben auch ein jüngeres Publikum auch ein weiblicheres Publikum und auch ein Buchhandels-Publikum und er dann eben diese Sammelbände rausgebracht hat die dann eben sehr sehr erfolgreich waren und auch eine Langlebigkeit für diese Serie auch garantiert haben und das er war natürlich nicht der Einzige aber damals zu der Zeit so eines der großen Beispiele mit dass sich das dann eben auch bei den anderen Verlagen dann auch durchgesetzt hat gerade bei solchen Themen die man auch außerhalb des klassischen amerikanischen Comic-Laden-Publikums platzieren kann dass man eben diese Sammelbände auch rausbringt ich habe jetzt auch kurz mal recherchiert also ich habe jetzt auf Deutsch kein so ein Komplettband mehr gefunden ich habe jetzt auch diesen Schuber gefunden an die den du gesehen hast für 100 Euro irgendwie wo aber anscheinend einfach die Einzelbände von Popcorn dann drin sind wenn man es sich richtig billig geben will es gibt die englische Komplettausgabe von Kindle für 16,50 also wenn man da irgendwie wenn man Kindleser ist kann man diese 1300 Seiten halt auf Englisch natürlich aber sehr sehr günstig kriegen und was wir auch nicht erwähnt haben die Bones sind quasi aus einer anderen Welt in diese Fantasy Welt quasi durch einen Wirbesturm oder was auch immer reingesogen worden deswegen sind die auch ganz anders als diese menschlichen Charaktere die wir sonst hier in dieser Fantasy Welt sehen ja interessant alles klar ich habe denke wir haben jetzt viel zu Bones gesagt das ist eine Reihe die wurde auch an diversen Stellen schon mal vorgestellt ich hatte sie halt jetzt auf dem auf dem großen Stapel der Dinge die ich lesen musste wollte und bin froh sie gelesen zu haben weiß allerdings nicht ob ich da jetzt beim 2,3 und so weiter mir demnächst auch noch geben muss das wird sich glaube ich davon abhängig machen oder ist davon abhängig was der Nachwuchs so sagt dann liebe Leute springen wir weiter zu unserer einzig wahren großen apokalyptisch geil epischen Cookies Code Authority wir wollen heute sprechen über Scurry oder Scurry glaube ich weiß nicht genau wie man es ausspricht das steht für huschen und was huscht so rum natürlich kleine Nager das ist eine Comicreihe von Max Smith nicht Jeff Smith sondern Max Smith und der Patrick hat die vorgeschlagen vor einiger Zeit warum eigentlich ja ich habe diesen Comic mal erwischt das Cover hat mich angesprochen also eine Maus auf einem Totenschädel ja komm damit catchst du mich dann habe ich diesen Comic gelesen das hat mich geärgert als ich erfahren habe das ist ein Webcomic habe die Seite entdeckt gerade dann wenn es für uns alle irgendwo kostengünstig oder kostenlos zugänglich ist ist das immer wieder mein Grund zur Empfehlung der verantwortlich hat auch an Diablo 3 und 4 mitgearbeitet der Max Smith deswegen war ich recht schnell angefixt und ja das Artwork ist auch hier wieder ziemlich super gelungen dafür dass es ein Online Comic ist du hast einfach Bock weil du den die sonstigen Arbeiten ganz gut fandest von dem richtig ich kannte bisher keine sonstigen Arbeiten von Max Smith außer Diablo 3 und 4 vielleicht das Cover und das Artwork hatten mich angesprochen beim Durchblättern mega ja jetzt habe ich es schon in der Anmoderation ganz zu Beginn dieser Ausgabe gesagt ist aktuell der erste Band von scheinbar dreien ist im Juni 2023 bei CrossCult erschienen der fast wo die ersten drei Episoden zusammen und das sind wohl 96 Seiten von ich habe gerade geschaut insgesamt 282 auf die wir uns freuen können also drei Sammelbände und das sind was waren es war es neun Kapitel zehn Kapitel keine Ahnung so zehn Stück ich weiß nicht genau wie viel ihr jetzt gelesen habt aber ich habe ein bisschen mehr über drei gelesen glaube ich so einen ganz guten Eindruck von dem was man gerade auch bekommen kann ich habe es online gelesen auf der offiziellen Seite scurrycomic.com dort gibt es alles was man so braucht und ihr könnt wie gesagt auch eine gedruckte Fassung von kaufen aber die Frage worum es geht lieber Andi die würde ich gerne erstmal an dich weiterspielen um Naga oder? die stehen auf jeden Fall erstmal im Mittelpunkt es gibt auch noch andere Tiere also ich habe fünf Kapitel gelesen von den zehn also die Hälfte des Comics ich nehme an dass keine Menschen vorkommen ich weiß es nicht in diesen fünf Kapiteln in diesen fünf Kapiteln werden als Menschen nur erwähnt hauptsächlich ihre Abwesenheit wird erwähnt denn das ist die Situation es geht um so ein Volk von Mäusen die außerhalb der großen Stadt wohnen und die Menschen sind aber weg und irgendwie haben sie davon geäbt dass Menschen da sind und irgendwie Lebensmittelreste quasi produzieren von denen die Mäuse dann auch leben können aber die Menschen sind jetzt alle weg das heißt die Mäuse haben Schwierigkeiten an Nahrung zu kommen und müssen Kundschafter ausschicken und eben versuchen Nahrung zu finden und dann gibt es manche Mäuse die sagen wir sollten in die große Stadt gehen wo auch Menschen sind und wo auch andere sind die anderen sagen aber das ist gefährlich bleiben wir lieber hier und so und dann gibt es natürlich die bösen Katzen die versuchen die Mäuse zu kriegen und dann werden eben Kundschafter ausgeschickt und es gibt dann eine Expedition um weiter von dem eigentlichen Lebensort wegzukommen und zu sehen was gibt es denn da noch und dann gibt es eben geht es durch den Wald und dann gibt es dann da wiederum andere Tiere und dann gibt es eine Insel wo ich glaube was haben es Biber herrschen und noch andere Tiere dann dort eben mitleben und so also quasi man versucht für das eigene Mäusevolk einen lebenswürdigen Ort zu finden der genug Nahrung bietet und gibt es Intrigen innerhalb des Volkes und Verbündungen mit anderen Tiervölkern etc ja so will ich es mal zusammenfassen außer ihr wollt gerne noch was ergänzen nö ist absolut richtig im Prinzip ist jeder Ort den sie besuchen sehr sehr gefährlich das ist fast schon The Walking Dead mit Mäusen weil überall alles versucht sich umzubringen oder eben vergleichen wir es mit Watership Down als die Tiere den Wald verliefen verließen das Artwork finde ich eben wirklich sehr sehr interessant gerade wie hier mit der Licht- und Schattenspielung gearbeitet wird fand ich sehr sehr interessant der Wald ist fast immer komplett mit Nebel durchsetzt wenn dann Tiere kommen dann ist das also andere größere Tiere wie Wölfe Biber oder was auch immer dann hast du da so eine bedrohliche Atmosphäre du hast da generell in diesem Comic so eine ziemlich abgefuckte bedrohliche Stimmung und irgendwie hoffst du dass die endlich mal so einen Platz finden wo sie leben können aber du willst natürlich dass die Reihe ein bisschen weiter geht deswegen haben sie es bisher nicht ja am Anfang die Katzen wo du denkst ja das sind die heftige Bedrohung das steigert sich noch mit Wölfen und anderen Sachen ich fand den wirklich sehr sehr nett gerade dafür dass das ein Online-Comic ist den du umsonst lesen kannst ist da einiges reingeflossen wo ich eigentlich für Geld verlangt hätte wäre ich der Art Künstler dahinter gewesen tatsächlich kann man glaube ich hier an der Reihe grundsätzlich viel Gutes finden das geht mir aber geht mir auch so wenn der Patrick jetzt sagt okay Walking Dead mit Nagern im Wald und so lieber Breedstorm ich weiß dass deine Eindrücke ganz andere gewesen sind und du deswegen lang nicht so weit gelesen hast vielleicht kannst du mal sagen warum das so war einfach auch um mir mal so einen Kontrapunkt zu setzen einen Gegenpunkt also ich finde es optisch auch sehr sehr schön was da passiert allerdings hat mich die Handlung nicht so richtig gecatcht also die Assoziation mit The Walking Dead hatte ich auch aber mir waren verschiedene Verfolgungsjagden mit den Katzen oder mit anderen Tieren das war mir alles zu sehr ausgespielt also zu zu lang optisch wie gesagt absolut der Bruller klasse was er da gezeichnet hat aber die Handlung hätte ich mir gern ein bisschen knackiger gewünscht und ich hätte auch vielleicht also ich habe es jetzt auch nicht komplett gelesen noch irgendeinen Spin schon am Anfang drin gehabt der mich eher dazu bringt einzelne Figuren auch besser zu finden ein bisschen mehr Charakterisierung und so weiter da hatte ich zum Beispiel bei Mouseguard was ja ein ähnliches Genre bedient oder auch meist Templar hatte ich durch dieses Ritterding dabei irgendwie bessere Zugänge also mir war das ein bisschen zu sehr Tom und Jerry in der Apokalypse oder so wobei du mit Mouseguard echt einen sehr sehr guten Titel ansprichst der natürlich irgendwo besser ist also Mouseguard hat da diese diese Ernsthaftigkeit und die besser herausgearbeiteten Charaktere stimme ich dir zu also das hat mich gefesselt und da dachte ich scheiße wieso haben sie den Netflix Film dazu nicht realisiert das hat mich richtig geärgert aber trotzdem sage ich das ist wirklich für einen Online-Comic sehr charmant und ja es gab wirklich so Elemente wo ich gedacht habe nee das reißt mich jetzt raus als gerade wenn es da Achtung Spoiler einen Verräter gibt der die Katzen mit Katzenminze besticht das ist unfreiwillig komisch ja gerade für Katzenfans das ist sicherlich eine ganz interessante Sache oder ein netter Moment so ich würde vor allem sagen dass die Stärke in dem was ich gelesen habe tatsächlich im Artwork einfach liegt das Ganze ist hübsch du hast jetzt schon dieses Lichtspiel auch erwähnt Patrick das gefällt mir tatsächlich auch wir haben auch mal eine Splash Page drin ja ich kann mich jetzt ja an die Schildkröte erinnern oder ich habe auch schon durch die allerletzten Seiten der kompletten Reihe gescrollt da waren auch ein paar wirklich tolle einfach Szenen im Wald das sind ja so Lichtungen dann auch und so das sieht schon toll aus aber im gleichen Atemzug natürlich aber auch Dunkelheit also Bedrohung die aus der Dunkelheit kommt das ist ja auch alles drin das finde ich schön insgesamt ist der Ansatz hier dieses wie auch immer postapokalyptisch geartete Szenario da zu nutzen um dann halt eben in dem Fall mit Mäusen irgendwas zu erzählen auch ganz interessant ich weiß gar nicht ob ich persönlich noch wissen wollen würde was genau da jetzt eigentlich passiert ist ob ich das brauche oder nicht es ist ja ich stimme dem Breedstorm insofern zu dass es sicherlich also gerade in so einem ersten Band ein bisschen mehr Charaktertiefe sein dürfte ja da gibt es halt den coolen Typ der mit seinem Kumpel zusammen halt der Jäger quasi ist die Sprinter oder wie die genannt werden also Scout halt dass der rumläuft und so was genau der eigentlich ausmacht was ist das Hintergrund warum begibt er sich freiwillig in diese Gefahr vielleicht hätte da ein bisschen mehr Fokus oder ein bisschen mehr Hintergrund auch gut getan wir haben später auch eine vermutlich weibliche Person die ist einfach auch zumindest im ersten Band halt einfach nur die Tochter und nur so the rising new star in der Gemeinde der Naga ja vielleicht hätte es da ein bisschen mehr sein dürfen aber was will ich erwarten wenn du gleichzeitig auch noch eine Geschichte erzählen willst die ja auch nicht so ausschreibend sein sollte und dich irgendwie fesseln sollte aber ich fand es gut also hier bin ich mir sicher dass ich nach den paar 90 Seiten die ich jetzt aktuell gelesen habe auf jeden Fall auch noch die anderen zwei Drittel lesen werde weil das einfach sonst ich hab da Bock drauf ach komm schon auf dem Tablet lesen das bietet sich auch toll an ich werde da weitermachen und würde mich auch freuen wenn Band 2 und 3 irgendwann auch bei CrossCult kommen werden da gibt es aber noch nichts was bekannt ist oder Patrick da wirst du auch noch nicht sagen wie das definitiv kommt ich hab die CrossCult Leute bei den letzten Events eher drauf angesprochen von wegen wann veröffentlige ich ihr den letzten Invincible-Bildband und veröffentlige ihr was von The Goon also von den Nachfolgern ja sorry das hab ich da verpeilt hätte ich natürlich auch machen können aber ja aber du bist durch du hast komplett gelesen ich hab's komplett gelesen und ich werde auch weiter am Ball bleiben auch wenn ich Breedstorm da verstehe man halt die Charaktere mehr ausarbeiten können gerade am Ende des ersten Bands fängt diese Story ja im Prinzip erst an da wird es erst richtig interessant da verlassen sie das Haus in dem sie ewig gelebt haben nachdem die Menschen das verlassen haben gerade dann gibt's auch diese optisch interessanteren Spielereien wenn die auf unterschiedliche Tiere stoßen dann gibt's nicht nur Katzen sondern auch Fauna und Flora in der Umgebung was das Ganze dann nochmal ein bisschen optisch anspruchsvoller und interessanter macht dein finales Fazit zu Scary lautet also Mausgard ist natürlich der bessere Comic aber für einen Online-Comic ist das optisch sehr gut und gerade die Optik beziehungsweise die Schauwerte haben mich da immer wieder bei Laune gehalten das weiterzulesen also ich fand das absolut filmreif hätten sie da draußen ein Animationsfilm gemacht ich hätte mir das auch angeschaut lest mal rein es ist umsonst also es gibt Schlimmeres es gibt Schlimmeres ist auch so dass du nicht auf deinen Schammer drucken möchtest nein nein Eisner-Wort scheiß drauf Ginko-Wort scheiß drauf gibt Schlimmeres nein es ist es ist wirklich ein schöner Survival-Comic den auch Kinder lesen können optisch absolut Bombe also lest rein mega Andi wie sieht dein persönliches Fazit aus zu Scurry zunächst noch Band 2 ist angekündigt bei CrossCult für den 20. November also ist auch vorbestellbar auf der Webseite also von daher der wird kommen dann gehe ich davon aus dass Band 3 dann auch kommen wird weil das wäre tragisch wenn Band 3 dann nicht rauskommt ja also ich habe mir den 5 Kapitel mehr gelesen als ich normalerweise gelesen hätte wenn ich den jetzt nicht für den Podcast vorbereitet hätte ich habe euch ja zwischendurch mal gefragt wie viel habt ihr vor zu lesen und der Tenor war meistens so ich versuche es ganz zu lesen dachte ich mir na gut dann lese ich halt auch noch weiter und nach 5 Kapiteln habe ich dann aber gedacht ja gut ich höre jetzt mal auf und vielleicht lese ich nochmal weiter aber ich habe es nicht getan ich finde es von der Geschichte her ich glaube also der Comic das was er macht macht er und das was glaube ich der Künstler auch machen will macht er richtig gut ich bin nur nicht der Typ dafür ich bin da nicht die Zielgruppe so richtig was die Geschichte angeht ich meine das ist jetzt nicht die innovativste Idee ein Mäusevolk irgendwie in Not gegen andere Tiere quasi irgendwie so auch antreten zu lassen auch also ich bin mit Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim aufgewachsen auch nach wenigen Seiten dachte ich an Mrs. Brisby und schwuppsdiwupps ein paar Seiten später wird das sogar referenziert in dem Comic also der die alte Maus die so ein bisschen der Anführer von den Mäusen sitzt auf seinem Thron und die Basis von dem Thron ist eine Buchausgabe von Mrs. Brisby und the Rats of Nim Feivel der Mauswanderer das waren so Filme meiner Kindheit mit denen ich viel verbunden habe auch wenn es natürlich eine andere Variation ist aber trotzdem so das ist so die Geschichte Mäuse in Not da bin ich jetzt glaube ich einfach ein bisschen zu alt dafür um diese Version von Scurry da jetzt noch so richtig für mich gut zu finden oder mich da so richtig da so richtig rein zu kommen die Optik ist nicht meine ich habe vorhin auch schon gesagt ich mag so cartoonige Sachen mir ist das irgendwie zu viel digitale Effekte zu viel Unschärfe also das und das ist ja genau das was er machen will die Mäuse sind dann immer scharf und die Hintergründe sind unscharf so wie das halt das menschliche Auge auch macht und das versucht er auch so nachzumachen und das macht er alles gut es ist nur nicht das was mich optisch so richtig anspricht der Stil ich habe wenn man es online liest hat also die Seiten wie das so klassisch häufig passiert werden ja oder wurden also nach und nach als Einzelseiten gepostet und darunter hat dann Max Smith auch immer so einen kleinen Kommentar mit dabei und ab und zu habe ich da halt auch mal reingeschaut in diese Kommentare und da hat er halt irgendwo auch mal geschrieben dass in den ersten Versionen er eigentlich noch einen noch realistischeren Stil hatte ihm das dann aber dann doch zu sehr ins Uncanny Valley ging und er das dann wieder auch so ein bisschen reduziert hat was den Realismus der Figuren angeht und für mich hat er da jetzt aber so einen Zwischenpunkt getroffen den ich nicht ansprechend finde also das ist so es sieht ein bisschen unfertig aus aber dann auch so ein bisschen zu realistisch als dass ich das halt wirklich interessant finde er macht das ganz toll mit den Lichteffekten und alles und so es ist nur nicht meine Optik also von daher wenn man reinblättert wie es beim Patik ja auch war und sich davon angesprochen fühlt ist das wahrscheinlich genau der richtige Comic dann ist das eine tolle Sache ich bin halt einfach nicht die Zielgruppe einfach nicht die Zielgruppe ja zum Lesen online werde ich auf jeden Fall gleich auch noch was sagen Breedstorm du hast es ja vermutlich auch gelesen jetzt ist dein Fazit ja ein bisschen relativ wenn du nicht so viel davon gelesen hast aber womöglich magst du da auch ein paar wenige finale Worte noch zu finden ja es wurde alles gesagt nur noch nicht von mir deswegen es gibt es online ihr könnt reinlesen und da werdet ihr sehen ob ihr das beenden wollt oder nicht ich hatte mit dem Ding trotzdem mal in Spaß und Zeit so genug Schauwerte dass es mich bei Laune gehalten hat also bei mir hat es da auch so ein klassischer Film abgespielt wie es Andy Preller erwähnt hat und komischerweise ich bin noch nicht so alt dafür das ist alles sehr interessant auch gerade diese Verweise die habe ich natürlich jetzt alle so direkt gar nicht gesehen auch das mit dieser mit dieser Brisbane Vorlage ist mir gar nicht aufgefallen lieber Andy was mir tatsächlich eingefallen ist und aufgefallen ist ist diese Geschichte mit dem Lesen online in dem in dem Browser wenn man auf das Bild klickt man kriegt ja immer die ganze Seite mit allen Pendants gleichzeitig angezeigt dann drauf klicken und du springst zur nächsten Seite möchtest du zurückgehen musst du auf ein extra Runterscrollen Stück und auf einen Preview Button gehen das heißt wenn du mal aus Versehen drauf klickst weil du das Tablet zum Beispiel beim Lesen beim Einschlafen oder was irgendwie noch gehalten ist das ist ein wenig unkomfortabel gerade wenn man es gewohnt ist durch PDF Dateien durchzuspringen aber ich weiß nicht so genau wie hoch man da die Standards setzen kann für wie gesagt einen Comic den man kostenfrei online lesen kann aber unter Umständen wäre hier ein rechter Reader eine komfortablere Geschichte gewesen als das Ganze hier über diese Website zu lesen ich weiß nicht ob es den noch anderswo gibt ob man den noch anderswo einfach lesen kann legal offiziell eine PDF Datei und so kann man sich kaufen vom englischsprachigen Original und liebes Publikum wie gesagt scrollt durch wenn es euch gefällt unterstützt gern den Künstler das wird ja nicht ohne Grund jetzt auch hier in Deutschland als Lizenz laufen das heißt wir haben hier schon eine ganze Menge Sachen gesagt und liebes Publikum auch hier gilt wenn ihr reingeschaut habt hinterlasst gern euer Feedback auf den sozialen Plattformen eures Vertrauens das sind nicht nur Facebook, Twitter und Instagram das sind seit neuestem zumindest bei Patrick und mir auch noch Blues Ex und Ex und dann könnt ihr auch Dinge wie ihr E-Mail schreiben alle relevanten Links und E-Mail Adressen und so weiter sind alle in den Shownotes drin auch zu unseren Chatgruppen können da rumklicken freuen wir uns drauf habe ich noch was vergessen Jungs oder sind wir durch für heute ne du hattest noch einen Einspieler den ich quasi aufgenommen habe von Christian von Hardball Films also ja Andi hat auf der Konichi einen meiner ältesten Kumpels kennengelernt der hat bei Hardball Films quasi alles vom Sortiment aufgekauft da hatte der noch seine letzte Lücke geschlossen und dann hat Christian von Hardball Films so meine Tasche von Louis Trondheim gesehen von diesem Asterix Spezial und der ist entschwärmt geraten und ja dann hab ich dich nochmal angeschrieben hm es ist jetzt nicht von einem Comic-Kendler aber so wie der entschwärmt geraten ist im Prinzip sollten wir es aufnehmen und das hab ich dann eben auch gemacht das können wir eigentlich auch mal so ausschreiben jetzt hier gerade offiziell am Ende ich mach das jetzt einfach mal diese Comic-Empfehlungsgeschichte die ist ja eigentlich ganz geil also wir haben jetzt hier offensichtlich danke lieber Patrick auch von diesem Typen von Hardball deine Empfehlung die ihr jetzt nach dieser Abmoderation hören werdet und ich könnte mir eigentlich vorstellen wir wollten das ja auch mit Comic-Läden machen und so jetzt ist die Anzahl der Comic-Läden in Deutschland auch irgendwie beschaubar liebes Publikum wenn es ja diesen einen Comic gibt oder diese eine Comic-Reihe diesen Manga also schon irgendwie diese Gattung dann würden wir uns glaube ich freuen wenn ihr uns irgendwelche Einspieler schicken wollt ich glaube da spreche ich für alle das tut dann wirklich nicht weh ganz im Gegenteil nehmt Kontakt zu uns auf schickt sie uns entweder via E-Mail oder eben über diese Messenger und dann landet das Ganze mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit hier in einer Ausgabe der Comic-Cookies das nicht Community-Interaktion ist Leute was dann geil oder? sehr sehr geil es wäre sehr geil Jungs es war mir eine Freude ich beende mit dir mit dieser Ausgabe lieber Patrick lieber Andi lieber Bravestone es war wunderbar vielen Dank bis zum nächsten Mal und tschüss adieu ciao la revedere also es gibt verschiedene Comics die ich vorstelle wie heißt du nochmal? Patrick 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 ist gestern ja an unseren Stand gekommen und irgendwie sind wir schnell aufs Thema Comic gekommen obwohl ich ja sozusagen Anime-Publisher bin und er hat so in den tiefsten Regionen meines Gehirns gegraben und diverse Comics herausgeholt die ich mal gelesen habe und schon längst vergessen hatte eine Variante die es auch immer noch gerade aktuell gibt und auch eher zeitgenössisch ist ist auch im Reprodukt Verlag zu kaufen von Manu der ist echt super der hat der alltägliche Kampf gemacht das kann ich absolut empfehlen und Blas Blas ist glaube ich auch mehrfach preisgekrönt und der schafft wirklich diese Gratwanderung einerseits Comics gemacht die wirklich lustig sind und andererseits die so dark und düster sind dass man irgendwie am liebsten irgendwie vom Zug springen will also wirklich düster genau den finde ich Hammer und wir sind dann noch weiter ausgeschweift und dann sind wir irgendwie bei der Comicreihe Schwermetall gelandet die ja ich glaube Möbius hat da glaube ich auch sicherlich den ein oder anderen Comic veröffentlicht und ich habe dann nochmal gedacht ach fuck es gab doch noch so eine mega geile Comicreihe damals in Deutschland weil ich glaube und das war U-Comics und U-Comics sollte sich jeder mal angucken ist für heutige Zeiten wirklich extrem politisch unkorrekt aber hat echt wirklich sehr geile Zeichner versammelt und da wurden die Freak Brothers veröffentlicht und wie gesagt ein Comiczeichner der mir irgendwie im Kopf geblieben ist war Gottlieb und da müsst ihr euch auch mal die Sachen angucken also wirklich sehr sickes Zeug unter anderem Peter Pervers ja ich glaube heute würde ich glaube ich das eine oder andere nicht mehr so unterzeichnen aber ich habe das damals als Jugendlicher gelesen und fand es sehr amüsant ich weiß jetzt nicht wie ich es aus heutiger Sicht würde sehen würde also ne ich will damit nicht in Verbindung gebracht werden aber wie gesagt ne ähm ja aber ansonsten ne wir hatten ja schon wir sind ja nochmal auf Trondheim und so gekommen auch diese ganze Donjon Serie das ist was einfach äh ja also ich meine deine Hörer und Hörerinnen kennen das sicherlich alles aber ist ja Comic Cookies ja also ich bin da wirklich äh ja auf eine eigentlich eher nicht nur Anime sondern äh gerade so die französische Comic Welt einfach nur Hammer ich bin äh Christian von Hardball Films Lo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Vielen Dank.